Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir starten in dieser Sekunde mit der neuen Challenge auf Twitch. Wir sind gerade live auf Twitch und wir starten heute unsere neue Challenge mit dem Namen Die Unterschiede im Stammbaum Challenge. Ich werde sie nie die Unterschiede im Stammbaum Challenge nennen, weil ich sonst ausrasse bei dem langen Namen. Ich werde es minimal abkürzen und zwar in die Unterschiede im Stammbaum Challenge. Ich lasse die einfach weg. Wow, mega viel gespart. Aber es ist einfach unglaublich lang dieser Titel, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Und wir sind alle schon sehr aufgeregt. Ich spiele schon 19 Monate die Disney Legacy oder habe 19 Monate die Disney Legacy gespielt. Und manchmal wird es auch Zeit für was Neues. Und deswegen freuen wir uns schon sehr auf diese Unterschiede im Stammbaum Challenge. Die wird großartig. Was ist diese Unterschiede im Stammbaum Challenge? Eigentlich genau das, was der Name schon verrät. Unterschiedliche Stammbäume, also unterschiedliche Generationen innerhalb von einem Stammbaum. Wir starten mit der ersten Generation natürlich. Die Generationen verwandeln sich pro Generation in ganz andere Geschichten. Jede Generation will mit der vorherigen Generation nicht nichts zu tun haben. Das wäre, also die werden immer miteinander zu tun haben, aber die will was ganz anderes machen. Das heißt, wenn die erste Generation zum Beispiel Astronaut ist, will die zweite Generation nichts vom Weltall wissen und will lieber Blumen pflanzen. Wenn die dritte Generation dann dran ist, will sie gar nichts mit Blumenpflanzen zu tun haben, sondern in die Verbrecherkarriere. So ungefähr ist dieser Stammbaum aufgebaut. Und das Gute an dieser neuen Challenge ist, ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Also die ursprünglichen Regeln findet ihr dann in dem Link. Auch in YouTube könnt ihr unten in den Panels dann schauen. Und es ist so, dass wir die Challenge abgeändert haben, dass jeder von euch diese Challenge spielen kann, wenn ihr das Base Game besitzt. Das heißt, es ist eine reine Base Game Challenge und in jeder Generation gibt es eine Erweiterung für eins der Packs, die es gibt. Zum Beispiel die erste Generation, die werde ich euch gleich in Ruhe vorlesen, weil um die geht es ja jetzt. Da ist es so, dass die erste Generation eine Erweiterung beinhaltet, die zum Beispiel mit dem neuen Farmleben Pack zu tun hat. Gleichzeitig könnte ich mir aber auch Totosa vorstellen. Also ihr könnt immer selbst die Challenges bestimmen. Das sind nur Richtlinien, die euch helfen sollen, dass ihr Spaß beim Spielen habt. Das ist aber nichts, wo ihr wirklich sagt, oh, da steht jetzt, ich muss in Willow Creek oder Hanford leben. Schade, ich hätte gerne in Totosa gelebt, jetzt darf ich da nicht hin. Dürft ihr ja trotzdem, ne? Macht es so, dass ihr die Regeln trotzdem für euch so ein bisschen definiert und einfach Spaß habt. Das ist das Ziel, was wir haben als Community und aber auch für euch daheim, dass ihr einfach, wenn ihr spielt, Spaß an dieser Challenge habt. Dafür haben wir sie geschrieben und wir gehen jetzt gemeinsam die Regeln durch, an die es sich zu halten gilt zumindest. Und wir gucken mal, wie es ist. Wir starten auch dann damit, einen Sinn zu erstellen. Wir starten ganz blanco auf einem leeren Grundstück. Es wird großartig. Der Beginn wird sowas sein wie eine Rex to Riches, dass wir so ganz von Null anfangen. Ähm, ja. Let's go, okay? Wir gucken uns mal die Regeln an. Good day. Man, good day. Also, die Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Wenn ihr im Chat gerade seid, könnt ihr mit Ausrufezeichen Challenge, vielleicht nicht jeder, damit nicht hundertmal der Link jetzt kommt. Aber da könnt ihr dann auf die erste Challenge klicken, da ist es schon. Dankeschön, Andi. Einfach auf Unterschiede im Stammbaum, das ist die Mini-Maus-Mina-Maus-Hallöchen und herzlich willkommen, wollte ich sagen. Da könnt ihr auf den Link klicken von der Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Das ist die erste Challenge, die jetzt gerade angezeigt wird. Und, ähm, genau, da könnt ihr mit reinklicken, wenn ihr mögt. Und generell ist es so, hier oben sind die Originalregeln nochmal verlinkt, da könnt ihr draufklicken. Und es gibt grundsätzliche Regeln. Die gehen wir mal zusammen durch. Es sind keine Cheats erlaubt. Das heißt, wir cheaten uns natürlich auch kein Geld. Weil Geld cheaten ist ja das, was am wenigsten Spaß macht, ne? Da hat man gleich keinen Spaß mehr beim Spielen, wenn wir uns einfach eine Million cheaten und dann Geld ohne Ende haben, dann hat man direkt keinen Spaß mehr. Ich sage, Hallöchen. Dann, das erstgeborene Kind führt die Generation weiter. Sehr spannend. Somit entscheidet auch das Geschlecht, ne? Also, wenn ihr einen erstgeborenen Sohn habt, dann spielt ihr mit eurem erstgeborenen Sohn die nächste Generation. Also, was ich auch mal schön finde, dass man da einfach variiert, ne? Weil bei den Disney-Prinzessinnen war es ja immer die Prinzessin, das Mädchen. Und ich finde es schön, mal wieder eine Generation zu haben oder eine Challenge, wo man halt einfach guckt, was es wird. Und dann nimmt man es halt, ne? Bei der Schwangerschaft dürfen Geschlechter nicht beeinflusst werden. Das so streiche ich am besten mal. Das heißt, ihr dürft nicht mit Erdbeeren oder Möhrchen beeinflussen. Da müsst ihr mich ein bisschen mit dran erinnern, weil... Ich habe die Challenge schon mal gespielt und ich weiß ganz genau, dass ich was da mit Möhrchen zu tun hatte. Und mit Musik. Ich weiß es ganz genau. Deswegen müssen wir uns da einfach immer gegenseitig... Ja, Move Objects On ist natürlich erlaubt. Das ist klar. Aber es geht um keine gamespezifischen Cheats, ne? Also, du darfst natürlich über Move Objects On bauen. Das ist klar. Aber das ist immer so. Aber da geht es halt um keine Geld-Cheats oder MC Command Center Cheats oder sonstiges, ne? Ne, das kann ich jetzt nicht reinschreiben, weil dann fragt man, ja, okay, aber was ist mit dem Cheat, dass man den Kasper arbeiten darf? Weil das gehört genauso dazu. Das brauchen wir ja auch. Also, ne, keine Cheats im Sinne von bis der Bescheid. So, dann, wenn man durch die normale Schwangerschaft das gewünschte Geschlecht nicht bekommt, muss adoptiert werden. Ja, da muss adoptiert werden. Finde ich auch spannend, dass man auch mal ein paar Generationen hat, wo vielleicht mal Kinder adoptiert wurden. Bestreben dürfen bei den Erstgeborenen geändert werden. Das erfahrt ihr gleich hier unten dann nochmal ein bisschen was zu. Merkmale, die Kinder deine... Warte mal. Wähle die Merkmale deiner Kinder immer zufällig. Ausnahme, das erste Merkmal des erstgeborenen Kindes. Weil das entscheidet ja, in welche Richtung dieses Kind geht. Und du darfst bei den Merkmalen bis zu dreimal würfeln. Und das halt nochmal zu verändern, wenn es ganz furchtbar ist. Ninnichen, Hallöchen. Und Jule, Hallöchen. Und Kim, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und aber jetzt guckt Mali auch immer mit. Oh, wie schön. Wie ist es? Wie ist es? Süß. Oh. Und Jojo, Hallöchen. Okay, dann gehen wir mal in die erste Generation. Oh mein Gott. Michelle. Vielen, vielen... Vielen, vielen... Schwarzes Herz. Schwarzes Herz. Schwarzes Herz. Gut, Marlene hat's. Vielen, vielen Dank, Michelle, für deine drei Monate. Dankeschön für deinen Re-Service. Es ist sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr darüber. Und mach's dir gemütlich. Und ja, viel Spaß mit der Challenge. Danke dir. Also darf... Was? Darf ich was zu den Regeln mit dem Adoptieren fragen? Darf man also keine zwei Mädchen bekommen? Ja doch, klar. Doch, du darfst zwei Mädchen bekommen, wenn du halt aber gerne einen Jungen hättest. Oder in manchen Regeln steht's drin, bekomme ein Junge und ein Mädchen. Da musst du halt so lange rechnen, bis du auch einen Jungen hast. In manchen Generationen steht es dabei. Oder du adoptierst halt, wenn du nicht das Risiko eingehen willst, dass du fünf Mädchen daheim hast. So, also, wir gehen mal die erste Generation durch, weil das ist die Generation, um die sich jetzt alles dreht, ja? Also, ich wollte schon immer Landwirt sein. Das ist Tradition unserer Familie. Deine Familie ist schon immer in der Landwirtschaft tätig gewesen. Sie verbrachten ihre Tage mit harter Arbeit und erwarteten dies auch von ihren Kindern. Als du 18 Jahre alt wurdest, überraschten dich deine Eltern mit einem eigenen Stück Land, um dort die Familientradition fortzuführen. Da du schon immer jemand warst, der die anderen beeindrucken wollte, beginnst du sofort mit... Beginnst du sofort einen Garten anzulegen und widmest ihm all deine Zeit, statt einem grässlichen 0815-Job nachzugehen. Der Ablauf. Erstelle einen Sim. Geschlecht kannst du es selbst wählen. Also, wenn ihr gerne mögt, könnt ihr natürlich auch einen Mann erstellen. Ich werde eine Frau erstellen, einfach weil ich ein Girl-Girl bin. Ich mag es einfach, mit Girls zu spielen. Aber könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr es möchtet. Und wir ziehen auf ein Grundstück. Dieses Grundstück werde ich ercheaten. Also, ich werde mit 0 Simoleons sozusagen dieses Grundstück kaufen, weil wir kriegen es ja von den Eltern geschenkt sozusagen. Das mache ich, indem ich dann einfach draufgehe und das wieder abziehe. Und die Wahl steht jetzt Willow Creek. Das wäre Base Game Variante. Oder Handford und Bagley. Das wäre halt die, wenn ihr das Pack habt Variante. Könnt ihr dann auch selbst entscheiden. Tiba Hallechen. Macht das Sims Girl. Viel Spaß. Ähm, genau. So. Bestreben ist freiberuflicher Botaniker, wenn du das Base Game hast. Und die Merkmale kannst du frei wählen. Die Ziele sind auf jeden Fall gleich. Du züchtest einen großen Garten mit allen Pflanzen, die das Base Game beinhaltet. Das ist dieses Sammelobjekt, die es gibt. Aus dem Base Game, ne? Bist du Bescheid? Dann heirate einen Sim. Das könnt ihr auch entscheiden, welcher es sein soll. Ich habe mir halt gedacht, vielleicht wäre Patchy cool. Patchy ist halt, ja, Patchy ist halt eine nice one Möglichkeit. Theoretisch könnte man auch jetzt diesen Pflanzen-Simm mit integrieren. Ich weiß noch nicht so genau, wie und ob. Aber irgendwie fand ich das auch ganz spannend mit diesem Pflanzen-Simm. Und ich habe eine sehr geile Mod gesehen. Vielleicht lade ich die noch runter und wir probieren dann auch aus dem Pflanzen-Simm mit zu integrieren. Aber das können wir dann immer noch so machen. Dresi, Hallöchen. Können wir also machen, wie wir Bock haben. Dann aber kein Techtelmechtel vor der Hochzeit. Das haben dir deine Eltern doch beigebracht. Also Enthaltsamkeit, bis wir geheiratet haben, finde ich auch sehr spannend. Ähm, Jackie, Hallöchen. Und, äh, ähm, Greg. Wir spielen die neue Challenge jetzt. Wir starten gerade damit. So, dann bekomme von jedem Geschlecht mindestens ein Kind. Das ist auch spannend, weil das kann natürlich auch eskalieren, ne? Wenn du von jedem Geschlecht eins bekommst, du bekommst nur Jungs oder nur Mädchen. Spannend. Spannend. Na? Ähm, Lina, Hallöchen. Wie weiß man, dass man alles gepflanzt hat? Mit dem Sammelobjekt. Ich schreibe es mal dazu. Ähm, hm. Ähm. Es gibt bei Sims Objekt. Es gibt bei Sims die Möglichkeit, auf den Sim zu klicken, auf diese Dinger da unten. Dann hast du so einen kleinen Blum-Bob. Das sind deine Sammelobjekte. Wenn du da drauf gehst, siehst du, von was du schon was gesammelt hast. Neue Pflanzen gibt es im Basecamp. Können wir gleich mal gucken, Sina. Ich weiß es auch gar nicht so genau, ehrlich gesagt. So, dann die Regeln. Dein erstgeborenes Kind. Achso, sorry. Wir sind noch hier. 10. Level 10 der Gartenfähigkeit und Level 10 der Angelfähigkeit. Dann. Dein erstgeborenes Kind hat keinerlei Interesse am Landleben. Aus dem Grund wäre das Merkmal zimperlich. Alles klar, mir habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Und jetzt gibt es aber die erweiterten Regeln, falls ihr das Pack Landhausleben besitzt, was wir hier haben. Deswegen spielen wir die erweiterten Regeln. Grundstücksherausforderungsmerkmal rustikales Leben und damit sind wir schon maximal gestresst, weil es sehr stressig ist. Wir haben das Bestreben Landschaftspflegerin, Stadt, freiberuflicher Botaniker und das Sammelobjekt. Züchte einen großen Garten mit allen Pflanzen aus dem Basegame und dem Landhausleben. Natürlich dürft ihr euch noch weitere Regeln reinschreiben. Wenn ihr Bock habt zu sagen, hey, ich will unbedingt mindestens zwei Kühe haben und zwei, weiß ich nicht, Hühnerställe, dann könnt ihr euch das als zusätzliche Regel noch machen. Zimmerlich müsste im Basegame sein, doch. Zimmerlich müsste im Basegame sein. Kann dein Kind schon zimperlich bekommen? Musst du mal gucken, wäre nett dann halt als Teenager. Also egal wie, der braucht das Merkmal. Der Rest wird ja gewürfelt. Das wird ein großer Garten, ja. Also du musst sie halt gehabt haben. Es ist nicht so, dass sie gleichzeitig gepflanzten werden müssen, Dresi, aber sie müssen schon mal da gewesen sein. Und Nika, Hallöchen. Ja, das ist unsere erste Generation. Wollen wir starten? Und Andi, Bambi, Hallöchen. Oh, ich bin so aufgeregt. Sichy, los geht's, auf geht's. Ja, oder? Let's go. Let's go. Ernsthaft? Kann doch nicht sein. Ich hab doch alles gecheckt. Zimmerlich ist tatsächlich Outdoor-Leben. Oh, ne. Oh, schade. Was würde denn dann passen? Dann müssen wir das nochmal ändern. Dann passt es zimperlich nicht. Vielleicht. Warte mal, was ist die zweite Generation? Großstadt. Na gut, wir könnten dann schon tatsächlich Outdoor-Leben. Jetzt seh ich's auch grad. Oh, ärgerlich, ne? Gesellig. Dann würde ich halt gesellig schon vorher nehmen. Also gesellig ist auch eins der Merkmale, die das Kind dann später bekommt. Dein Kind erhält als erstes das Merkmal gesellig. Dann machen wir das einfach so. Dann nehme ich die Regel da unten raus und packe die schon mal oben rein. Weil das ist ja dann das Gleiche. Dass dein erstgeborenes Kind das Merkmal gesellig erhält. Oh. Ja, passt. Hab's geändert. Supi, danke, dass ihr mich drauf aufmerksam gemacht habt. Perfekt. Gestern noch kurz Sims geschrieben. Mein Tiana ist ja nochmal auszusehen schwanger geworden. Fünf. Nee. Oh mein Gott. Ja, viel Spaß mit deinem neuen Leben, ey. Fünflinge. Oh. Sonst mit Foul. Weiß nicht, ob das so gut passt. Weil, ja, materialistisch würde auch gut passen. Das stimmt. Aber das kann man ja dann immer noch später dann definieren. Ich hab das jetzt mal so reingeschrieben. Dann ist das nämlich genauso, wie es in der anderen Regel auch drin war. Dann hab ich das nur ein bisschen vorgezogen. Foul würde auch passen, ja. Aber gleichzeitig ist das ja einer, der viel rausgehen soll und Freunde treffen soll. Wartungsaufwendig. Hast du bestimmt verwechselt? Nee, ich... Ja, für... Maybe. 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 Hab ich so wechselt. Ist ja auch egal. Gut. Also, meine Lieben. Neues Spiel. Neues Glück. Ich guck's mir danach nochmal an und dann können wir nochmal drüber sprechen. Möchten wir eine Geschichte erzählen? Na, eigentlich nett, ne? Wir wollen das schon selbst entscheiden, wie unser Sim werden soll. Wir wollen keine Geschichte erzählen. Okay. Junge Erwachsene oder sollen wir Teenager machen? Weil, wie alt ist man mit 18? Ist man mit 18 jung erwachsen oder ist man mit 18 Teenager? Oh Mann, ey. Ich hab so mit dem Kleber verkackt. Eher Teenager, oder? Teenager erst mal bis 21. Ellie Spirelli, good day. Gut, ja. Guti. Okay, wir sind uns alle einig. Hallo, Girl. Oh, du kriegst... Weiß nicht, kriegst du... Weiß nicht, kriegst du rote Haare? Oh, ich weiß nicht. Wir machen dich erst mal ein bisschen... Wir entkleiden dich mal, Fräulein. Raus aus allem. Raus da. Okay, den Körperbau finde ich schon mal gut. Der ist schön. Silja, Hallöchen. Alles klar. Oh, das hört sich schön an. Babyface, alle pflanzen... Also das ist bei... Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich noch nicht drin bin. Das ist bei Sammelobjekt generell... Also wir gucken gleich nochmal. Lass mich das gleich beantworten, wenn wir im Game sind, okay? Dann gucke ich mal. Erstellst du auch die Eltern? Ich würde gerne, ja. Ich würde gerne auch die Eltern erstellen, dass wir eine Geschichte haben halt, ne? Oh, dann könnten wir sie auch einfach erstellen lassen. Dann machen wir Mom und Dad und erstellen sie dann, oder? Ja, dann machen wir doch erst die Eltern und lassen das Kind erstellen. Und Hamsterlele, Hallöchen. Okay, dann machen wir die Mama. Dann muss die Mama schon ein bisschen älter sein. Aber wir lassen sie erst mal noch erwachsen. Ne, warte mal. Dann machen wir die Mama in Seniorin. Können Senioren dann noch... Ja, natürlich, DNA und so. So. Hallo, good day, girl. Hihihi. Wir erstellen die Oma, beziehungsweise die Mama. Das ist ein süßes Gesicht, ne? Lamalina, Hallöchen. Hab gestern extra für diese Challenge auch die Eltern erstellt wegen Genetik und so. Ja, das finde ich spannend. Finde ich schon cool, wenn wir dann den gleichen Stammbaum haben und dann die Eltern mit drin stehen. Okay. Lass uns mal gucken. Vielleicht blonde und hellbraune Haare. Und Nisi, Hallöchen. Vielleicht auch mal ein Elternteil so indisch oder so. Können wir machen. Und Anansky, Hallöchen. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Oder Dunkelhäutig. Fände ich auch schön. Wir haben selten Sim mit einer dunklen Hautfarbe. Vielleicht die Mama oder der Papa ganz dunkelhäutig. Fände ich auch schön. Wenn sie ein Teenie ist, sind dann die Eltern schon Senioren? Vielleicht ist sie spät gekommen. Erwachsen oder Senioren? Erwachsen oder Senioren? Was, Mama? Ja, Erwachsen. Erwachsen. Okay. Kann halt auch spät geboren sein, ne? Ah, Yabasani. Oder Seniorenpapa und Erwachsene Mama, dass sie nicht das gleiche Alter haben. Okay. Mhm, okay. Mhm, 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 mhm. Okay. Dann machen wir sie jetzt erst mal beide Erwachsen und gucken einfach mal. Boah, sie sieht so jung aus irgendwie. Ich muss ihr dann unbedingt mal Haare geben. Der Mama. Der Mama braucht mal Haare auf dem Kopf. Vielleicht so braune Haare, hm? Erwachsen. Hab auch einen Teenie. Bin auch kein Senior. Lucy, ey. Oh, Mann. Okay. Aber meine Mama ist... Ah, gut, ich bin ja auch kein Teenie mehr. Das ist schon okay. Ich wollte gerade sagen, meine Mama ist schon Seniorin, aber... Das ist jetzt auch mies, meine Mama als Seniorin zu bezeichnen. Aber meine Mama ist schon... Ü65. Also, vielleicht ist sie schon ein bisschen Seniorin. Aber... Aber ich bin auch kein Teenager mehr, ne? Ja. Ein Elternteil hellhäutig und das andere dunkelhäutig. Finde ich cool. Vielleicht machen wir den Papa dunkelhäutig. Und Julesen. Oder die Mama. Gucken wir mal, ob wir einen schönen Skin haben, einen dunkelhäutigen. Wartet mal, wir müssen mal den anderen Skin entfernen. Der ist schon schön, ne? Der hat halt auch eine schöne Struktur für Sim, die ein bisschen was auf den Hüften haben. Das finde ich immer ganz schön. Der ist ja nicht so allglatt. Oh, der ist aber auch schön. Oh, der betont ihre Lippen so schön. Oh. Der hier ist auch sehr schön. Der ist halt so schön strukturiert, ne? Den mag ich ganz gern. Wir gucken mal weiter. Ich habe nämlich noch mehr Skins. Der ist auch schön. Der ist eigentlich schön, oder? Wie findet ihr den? Und Däumlinchen. Hallöchen. Der ist schon schön. Und Fluffy Ferret. Hallöchen. Hallöchen. Oh, keine Ahnung. Die habe ich so lange jetzt gesammelt. Ich könnte dir nicht sagen, wo ich die her habe, ehrlich gesagt. Dann finde ich aber, glaube ich, dunkle Haare an ihr besser. Das Skin ist schön, ja? Okay. Ich glaube, du musst den Sinn auch um das Skin dunkel machen, sonst klappt das nicht. Ja, da bin ich mir ganz sicher sogar, dass das nicht klappt, Julia. Aber wir machen das einfach manuell. Unsere Tochter, die wir dann generieren lassen, bearbeiten wir dann auch nochmal. Die kriegt dann auch nochmal einen Skin, der ein bisschen heller ist vielleicht. Weil wenn der Papa ganz hellhäutig ist, würde ich so eine Mischung aus beidem so ein bisschen machen. Und Stella, Hallöchen. Und Kim, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ne? Dann machen wir das einfach mit so einer kleinen Mischung aus beidem. Machen wir einfach manuell dann. Oh, Lina, wie schön, dass du jetzt da bist. Ganz aktiv, ich freue mich sehr. Ich wünsche dir eine schöne Pause hier bei uns. So, wir müssen erstmal die Dings entfernen. Perfekt. Ja, ist doch schön. Oh, süß, Anna. Wie schön. Welchen Skin kannst du empfehlen? Ich weiß nicht, wie die heißen, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe die irgendwann mal runtergeladen. Irgendwo. Und ich weiß... Oh mein Gott, ist das schön. Und ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und Mildcat, herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Mitsu, Hallöchen. Und Min, Hallöchen. Ich weiß nicht mehr, von welchem Creator die sind. I'm so sorry. Ich würde es euch gerne sagen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. So, unsere Lady und unser Dad. Also, Mom und Dad arbeiten ja auf dem Hof. Das heißt, wir müssen ihnen natürlich ein Hof-Outfit und alles geben. Ich würde mir eher solche geschlossenen Haare vielleicht sogar mit einem Tuch vorstellen. Wir gucken mal, ob wir da zusammenkommen. Haare zusammen. Genau. Dass die Haare einfach irgendwie hinterm Ding sind, hinterm Kopf. Und wir haben sogar ein schönes Haarband. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Oh mein... Sie sieht aus wie Tiana! Aber das ist halt, weil es halt die Frisur ist, ne? Die Frisur ist halt einfach... Damit assoziieren wir halt alle Tiana. Sehr schön, Michelle. Was gibt's später zu essen? Was machst du denn? Welcher Tourbahn ist es? Welcher Tourbahn ist es, meine Lieben? Hier. Ist schon toll, oder? Oh! Der Sim ist von Melanchoniesim. Echt? Woher weiß denn das, Girl? Hätte ich nie erkannt. Uh. Vielleicht einfach sowas? Oh, lecker. Finde ich irgendwie süß. Meinst du heute, Niki Duff? Also heute bis mindestens mal 15 Uhr. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Vielleicht sogar eher so bis 16 Uhr. Mit Muster wäre cool. Ach, ich bin immer so schwierig, ne? Oh, gelbes Curry. Nicer, nicer. Mega lecker. Du hattest noch eine ohne Tourbahn. Die war schön. Also ich finde halt das mit dem Haarband so geil, ne? Ich würde halt schon gern so ein Haarband beibehalten. Wir grillen heute. Ich habe auch überlegt, ob wir grillen. Ich habe schon mit dem Enfi geredet. Manula Kalilchen, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Das hier vielleicht? Schwierig, ne? Schwierig. Und Lo, herzlich willkommen auch an dich. Dankeschön für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Also das finde ich auch nicht schlecht. Wir gucken mal weiter. Wir haben die jetzt im Hinterkopf. Hinterkopf. Oh, schön, Jay. Äh, Melly. Schön. Wir haben die mal im Hinterkopf und machen mal weiter, okay? Die finde ich fast zu... Nee. Und Astralia. Hallöchen. Ich finde es schon schön, wenn die irgendwie so mit einem Band oder sowas. Sowas würde natürlich auch gehen. Fände ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die weg macht. Also komplett weg. Und Jonas, Hallöchen, grün. Okay, mache ich. Machen war grün. Grün. So. Na, dass wir das halt eher dann so machen, dass wir... Könnte ich mir bei ihrer Tochter vorstellen. Ja, ich mir nämlich auch. Die Frisur ist halt schon eher jubi... Mädelhaft, ne? Also Mädchenhaft. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass sie alt ist, ne? Waren wir ja gerade schon beim Thema. Aber es ist schon eher was für Mädchen, würde ich behaupten. So. So. Gut. Grüner Hintergrund passt perfekt zur Challenge, ja. Okay, lass uns weiter gucken. Lass uns weiter gucken. Oh, wie schön, Malilak. Wie cool. Lasst euch gut specken später. Okay, ja. Die ist mir fast ein bisschen zu wild, muss ich sagen. Die ist mir irgendwie zu wild. Sehe ich sie jetzt auch nicht so sehr? Zu schick. Zu nervig mit dem Pony. Aber man sieht aus wie von Gucci. Es gibt sogar noch eins, das sieht noch Gucci-mäßig aus. Ist super süß, aber auch fast schon ein bisschen zu wild. Ich glaube nicht, dass die Mama so chaotisch ist. So könnte ich sie mir schon eher vorstellen. So einfach schnell weggemacht. Also das könnte ich mir super gut vorstellen. Wie seht ihr die Frisur? Was sagt er? 3, 2, 1. Gut oder nicht gut? Oh, da kommt gutes Feedback rein. Mhm, 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 mhm. Okay. Ja, dann würde ich das so lassen. Hören wir doch weiter. So. Dann müssen wir schauen, wie weit wir jetzt in das Hofleben gehen, weil ich würde mir natürlich gut vorstellen können, dass wir bei unserer Tochter auch Klamotten aus dem Landhausleben-Pack benutzen. Ich will jetzt nicht, dass sie genau die gleichen Klamotten hat wie ihre Eltern. Das heißt, wir gucken auch hier, wenn wir ein Outfit haben, wo wir denken, das passt besser zur Tochter, geben wir es eher der Tochter, ja? Wobei sowas natürlich auch immer geht, ne? Oh, das sieht doch cool aus. Direkt. Hä, wieso, Michelle, was hast du gemacht? Hast du was angestellt? Na, Rieke? Sehe ich auch so. Der Skin ist so herrlich, unperfekt, perfekt, so realistisch und wunderschön. Ja, deswegen habe ich ihn auch runtergeladen. Fand ich auch schön. Ich finde es halt cool, wenn die nicht immer so seidig, glatte, glänzende Haut haben, ne? Ähm, nee, habe ich... Ach, stimmt, Valentina. Du meinst, dass dann die Tochter auf jeden Fall dunkelhäutig wird. Nee, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Macht das Sinn, gell? Ich mache es mal. Aber wir passen eh die Tochter dann nochmal an, Valentina, haben wir gerade schon gesagt. Die kriegt dann eh ein Skin nochmal dazu. Ist halt die Frage, was die Tätigkeit von der Mama auf dem Hof ist, ne? Ob sie dafür zuständig ist, zum Beispiel die Sachen zu verkaufen, zum Markt zu bringen, ähm, zu stricken, zu nähen und oder ob sie dazu zuständig ist, die Stelle auszumisten oder macht das vielleicht ihr Mann, ne? Deswegen, wenn sie zum Beispiel zum Markt geht oder so, könnte ich mir das Outfit gut vorstellen. Wird ihr zwei Outfits geben, einmal für den Hof und einmal für die Stadt. Okay, dann würde ich ihr vielleicht das hier so für die, für die, wenn sie zum Markt läuft, geben oder wenn sie halt so aktiv ist, mit so schönen Birkenstockschuhen vielleicht. Ein Blümchen gleich mit Hut? Vielleicht bei den anderen Outfits, hm? Ja, aber guck mal, die Hose ist komplett zerschlissen. Findet ihr die echt zu schick? Hm. Oh, das ist ja cute! Oh, look at this! Oh, das sieht cool aus! Wowie! Also, das sieht schon toll aus! Und dann vielleicht noch ein Hüt... Na, wobei, dann sind die schönen Haare weg. Aber vielleicht beim zweiten Outfit dann ein Hütchen. Nee, viel zu schick, die Schuhe. Ausgehschuhe können wir ihr dann geben. Naja, das ist ja nur ein bisschen bauchfrei. Ist ja nur ganz dezent. Findet ihr das zu doll bauchfrei? Oh, wow, Michelle. So typisch, ey, in der Pflege. Ich sag's, wie es ist. So typisch. Sie kann das tragen, oder? Und Anni, Hallöchen! Und Sandi, Hallöchen! Nee, findet das passt? Also, andere Farben vielleicht? Fand das davor schöner? Nein, ich find das super. Dann werden wir das so machen, weil die Meinungen ja doch ein bisschen unterschiedlich sind. Wir nehmen das und noch das andere Outfit, okay? Dann nehmen wir das andere, was wir eben hatten, auch noch mit dazu. Und ich guck mal nach Gummistiefeln. Was sind denn Gummistiefel? Kann doch nicht so schwer sein. Haha. Oh, aber das ist fast ein bisschen zu wild, oder? Malelag, dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Also, find ich fast ein bisschen zu wild mit den Gummistiefeln. Und Annette, Hallöchen! Genau, die Mama wird nicht aktiv gespielt, ja. Das wird die Mama, mhm. Hm, schwierig mit den Schuhen. Und Clara, Hallöchen! Eieiei, Eiei, Eiei, Eiei. Okay, wir sind uns alle sehr unsicher. Wir gucken noch mal weiter. Ich glaub, da drehen wir uns sonst im Kreis. Nee. Nee. So was würde ich ihrer Tochter gerne geben. Das finde ich irgendwie super cute. Ich will, dass wir so ein richtiges Landgirl haben. Das wird die Mama, Emilia. Mach das, Maya! Ich bin immer auf The Sims Resource unterwegs, tatsächlich. Und Koyol, Hallöchen! Wir haben noch mehr Outfits. Leute, wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch eine ganze Liste. Warte doch, warte doch. Wir können natürlich der Mama... Oh, das ist too much. Wir können natürlich der Mama auch Sachen aus dem CC geben. Also, ich hab ja natürlich auch viel Custom Content, ne? Ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Das wär zum Beispiel ein schönes Ausgehe-Outfit für sie, finde ich. Lydia, Hallöchen! Mira, Hallöchen! Ähm, also nehmen wir das nicht, was wir jetzt gerade hatten. Ich guck mal, was wir noch so haben, okay? Wir haben nämlich noch viel mehr Outfits. Look at this. Wir haben hier eine Matsch-Auswahl. Nee. Zu schick, ne? Haben wir gesagt. Aber guck mal! Das ist ihr Hofkleid. Und sie hat sich halt kurz ein Jäckchen übergeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich im Dreck wühlt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die... Ich meine, sie nimmt halt eher die Aufgaben der Kinderbetreuung für ihre Tochter entgegen. Und kümmert sich vielleicht eher so ein bisschen um... Um... Ah, weiß nicht. Und Bastian, Bram, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Ah. Nee, eigentlich nicht. Du musst... Also, warte mal. Was? Lina, du... Ja? Hm. Also, genauso wie bei den Anamots auch. Funktioniert genauso. Haushalt, Kochen, Sauberkeit. Genau. Ich glaube, sie hat so viel zu tun. Genau. Dass sie sich eher ums Haus und den Verkauf kümmert. Das ist ja Hallöchen. Ne? Weil der Mann von ihr dann eher die harte Arbeit übernimmt. Und dann sich halt um den Garten kümmert. Und sie gärtnert bestimmt auch. Also, in so einem Gleitkommen auch gärtnern. Also, ich glaube nicht, dass sie ein Problem damit hat, sich dreckig zu machen. Sowas vielleicht, hm? Dann kann sie trotzdem über die Felder laufen, ohne sich die Knöchel zu verstauchen. Und... Jelly Baby, Hallöchen. Und dann hat sie aber trotzdem noch ein gescheites Kleid an. Das hier ist, glaube ich, Custom Content. Oh. Ne, das ist aus dem Spiel sogar. Wow. Ist aus dem Spiel. Haha. Oh, hat sehr viel Spaß gemacht, Emiliana. Ja, kann ich dir empfehlen. Genau, ich denke schon, dass wir in Henford leben. Wir könnten natürlich auch nach Tatosa. Habe ich mir auch überlegt. Aber ich denke schon, dass wir nach Henford gehen. Ne, Caro. Wir werden die jetzt erstellen, um dann das Kind zu kreieren. Damit die Eltern existieren. Und dann spielen wir aber direkt als Teenagerin mit der Teenagertochter weiter, sozusagen. Jelly Baby, habe ich jetzt hallo gesagt? Hallo. Okay, wartet mal. Wir machen mal weiter. Wir spielen die Eltern ja sowieso nicht aktiv. Ne? Da habt ihr schon recht. Ähm, deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Sie sieht aus wie eine Ballerina einfach. Wow. Das ist jetzt das Ausgehoutfit. Wir machen mal ein bisschen zügiger, sonst sind wir so ewig lang im Kass wegen den Eltern. Eher ein bisschen was Schlichteres für die Mama. So was vielleicht. Oh, guck mal, sie hat sogar eine Narbe am Bein. Und Leni, danke schön auch dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Genau, wir müssen uns ja nicht so viel Mühe geben. Wir gucken, dass die Eltern hübsch sind und dass sie gesund aussehen, dass sie vernünftige Outfits anhaben. Aber wir müssen es einfach auch nicht übertreiben an der Stelle, finde ich. Sie sieht ein bisschen aus wie Polly. Ja, das stimmt. Und Animal Crossing Girl, danke auch dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Dann machen wir es so, ja? Das sind gelb. Gelb steht ihr voll. Mhm, finde ich auch. Sport Outfit. Macht die Mama Sport? Glaube nicht, oder? Kriegst du so einen Jogger? Einfach so einen Jogger. So. Und so Turnschuhe, ganz einfache. Wie werden ihre Eltern heißen? Besprechen wir gleich. Und Kathi, Hallöchen. Wir erstellen gerade die Eltern von unserer neuen Challenge. Die Generations-, also die Unterschiede im Stammraum Challenge. Und brauchen natürlich auch einen kleinen Start. Deswegen erstellen wir jetzt erstmal Mom und Dad. Und dann geht es in diese Challenge. Das wird großartig. Nachtwäsche. Da würde ich mir jetzt eher so ein langes Nachtgewand vorstellen. Bei der Oma. Bei der Mama. So war es da. Schön, look it's is. Und Miss, ähm, Burkas. Burkas? Burkas? Herzlich willkommen, wenn du dich in Chinas reinschaust. Ähm, um die Unterschiede im Stammbaum Challenge. Du kannst Ausrufezeichen Challenge machen. Und dann siehst du direkt zwei verschiedene Challenges. Und die erste Challenge ist die, die wir jetzt spielen. Wir fangen sie gerade erst an. Das heißt, wir erstellen jetzt auch erst die Familie, die Eltern, damit wir so eine kleine Vorgeschichte haben. Und dann geht die Challenge so richtig los. Also eigentlich hast du gerade ein super Timing erwischt. Oh, wie schön, Beke. Toll. Freut mich zu hören. Glückwunsch. Wo war beide Sport genug? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Das ist Ru. So, was haben wir denn hier? Party Outfit. Da kriegt sie auch so ein Kleidchen an. Und Anni Bärchen, Hallöchen. Und Sabrina Lee, Hallöchen. Und Debsi, Good Day. Macht das. Viel Spaß. Ah, das habe ich mir auch für die Tochter eher im Hinterkopf. Oh. Das ist vielleicht bei Winter, hm? Wir switchen mal ins Winter-Outfit rüber. Ey, wo ist es denn jetzt? Oh, look at this. Das ist doch schön. Dann kriegt sie da Stiefel an. Aber nicht mit so einem hohen Absatz. Entschuldigung. Kann es auch übertreiben, ne? Hm. Schon drei Monate. Havo. Vielen, vielen lieben Dank dir für deine drei Monate. Dankeschön für deinen Resub. Vier Monate sogar. Havo, guck mal. Das sind vier Monate mit deinem Prime-Sub. Dankeschön für deinen Support. Ich freue mich sehr, dass du wieder einen Monat dabei bist. Dankeschön. Lisa, Lisa, Hallöchen. Holly ist so ein süßer Hund hier voll, ne? Und Schnurrilein, Hallöchen. Oh, Hartree, viel Spaß. Oh, sehr gut, Lina. Jetzt hast du es abgehakt. Voll gut. Krass, Harpo, ne? Die Zeit rennt aber auch durch. Sag es dir. Wir haben Labrador. Oh, schön. Auch tolle Hunde. Ganz toll. Viel Platz für Storytelling. Voll. Definitiv. Und das ist auch das Schöne, dass wir das halt hier zusammen einfach schreiben können. Die Geschichte. Wir machen das halt hier mal zusammen in der Community. Das ist immer voll schön, dass wir dann einfach so die Geschichte definieren können und abwandeln können und so. Das ist schon sehr cool. Und ich habe Petra. Die Eddie hat Petra. Hallo, Eddie. Und Gesine, äh, Gesine, Hallöchen. Nini, Dankeschön für deine 10 Wits. Vielen Dank. Oh, schön. Nicole, das hört sich gut an. Und Ulias, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen, Lüchen. So bis 15, 16 Uhr, Clara. Kann sein, dass wir heute ein bisschen länger machen. Dadurch, dass wir die Challenge jetzt gerade anfangen. So, was sehen wir hier an? Oh, oh. Oh, das ist... Oh, wowi. Das ist schön. Guck mal. So, ein Hund für die Eltern. Also, wie gesagt, wir spielen nicht mit den Eltern. Deswegen weiß ich es nicht. Oh, schön, ey. Schön, dass ich dir ein bisschen Gesellschaft leisten kann. Steht ihr voll? Steht ihr voll? Ne? Find ich auch. Find ich schön. Dann ziehen wir ihr so... Ja, das sieht doch hübsch aus. Nee, wir haben noch keinen Namen. Machen wir gleich, wenn sie erstellt ist. Ja, oder Michelle? Ja, oder, Michelle? Oder? Voll. Et voilà. Oh, guck mal. Sogar die Schuhe können wir schon lassen. Tada! Ich finde, Geld passt so gut zu ihr. Ich auch. Finde ich auch. Hi, ich bin das erste Mal hier im Live und drücke gleich auf Folgen. Ich feiere dein Live jetzt schon und ich werde jetzt öfter dabei sein. Oh, wie schön. Da freue ich mich riesig drüber. Vielen, vielen Dank dir für deinen Support. Schön, dass du da bist. Ein Sonnenhut. Und ich finde es mit den Hüten halt immer so schwierig, weil die dann halt immer mit den Hüten durchs Haus rennen. Oh, das ist schon schön, ne? Der passt halt auch zum Kleid. Ich würde es ohne Brille machen, weil das ist das, was ich meine. Die rennen dann halt mit den Sonnenbrillen immer durchs Haus und das finde ich dann immer unschön irgendwie. Vielleicht nehmen wir hier kein Gelb, sondern so ein Orange. Guck mal, das sieht doch auch hübsch aus. Ne, aber sie kommt ja zu Besuch, Trudi. Da bin ich mir ganz sicher sogar. Oh, das ist doch schön. Und Lizzie, Hallöchen. Okay, dann haben wir die Mama. Wir haben ein Alltagsoutfit. Wir haben ein Abendoutfit. Ein Sportoutfit. Eine Nachtwäsche, Ausgekleidung, eine Badebekleidung, ein heißes Wetteroutfit und ein kaltes Wetteroutfit. So. Eine normale Brille. Können wir mal gucken, ob wir eine schöne finden. Eine normale Brille. Eine normale Brille. Das ist eher sonnenbrillenmäßig, ne? Brille? Ja oder nein? Was sagt ihr? Oh, schön, Mira. Nein, ja, ja, ja. Ja, nein, ja. Ja, 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 ja. Nee, ja. Nein, ja. Ja klar, Lizzie. Schon bei allen Outfits. Aber müssen wir erst mal klären, ob wir überhaupt einen machen, bevor ich die jetzt überall hinterlege. Also die Mehrheit sagt ja. Okay, dann kriegt sie eine Brille. Es ist entschieden, meine Lieben. Die Mehrheit hat entschieden. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich bei jedem Outfit auch die richtige Brille finde, ne? Ei, ei, ei. Vielleicht beim Sport nicht und beim Schlafen auch nicht. Ah, sieht schon schön aus mit Brille, finde ich. Steht ihr schon gut. Oh, süß, Michelle. Das ist schon schön, so einen Hund zu haben, ne? Ich merke das auch immer mit der Holly. Die ist so schmusebedürftig. So eine Maus einfach. Das sieht schön aus mit der Brille. Die steht hier echt gut. Oh, die habe ich geschenkt bekommen, die Flasche. Die habe ich geschenkt bekommen. War ein Weihnachtsgeschenk an mich. Ich mag sie auch sehr gerne. Das ist eine ganz großartige Flasche. Tada! Ist doch schön, Mensch. Ist doch schön. Und Orgis, Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Ist doch schön. Dann werden wir jetzt einen Namen brauchen. Wir brauchen einen Vornamen und besonders wichtig einen Nachnamen. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem Nachnamen an, damit wir wissen, wie diese Familie heißen wird. Und Bumblebee, Hallöchen. So, erst mal den Nachnamen, meine Lieben, damit wir wissen, wie wir unsere Familie nennen wollen. Irgendwas Kreatives. Peyton. Deutsch oder Englisch? Ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. Flores, Flores, Winkler, Winston, Robbins, Hakati, Otzenköttel, Jardin, Jardin, ist auf Französisch Garten, oh, Flower, Flores, Fuentes, bitte irgendwas, was ich gut aussprechen kann. Feuerberg, Nell, Bakers, irgendwas, was nicht jeder, also nicht diese Müller-Namen, wie jeder heißt. Entschuldigung, wenn jetzt ein paar Müllers unter euch sind, das ist nicht böse gemeint. Aber nicht Müller oder Meyer, sondern irgendwas, was wir nicht so oft gehört haben, vielleicht auch was Erfundenes, also was richtig Erfundenes. Und irgendwas, was im Englischen auch eben nicht so oft vorkommt. Okay. Baker, ja, das ist halt so ein Name, den kennt man halt, ne? Wir brauchen Juniper, okay, Fussel, ah, Bromnitz, mh, Flowers, ist schon fast zu naheliegend, oder? Mac Ariston, oh, Redwood, Sunshine, Wintergarten, Blumengarten, Crabby, Sinistra, oh, Totoro, oh, Totoro finde ich spannend. Mac Bright, mhm, De Naro, oh, De Naro klingt auch schön. McGregor, Mac Bright, Woods, Peyton, ah, wir spielen gar dick Schaus, sowas ähnliches. Pristol, ah, ist das schwierig. Bridge, Bridge, Marshal, Deven, Sunfield, Falcon, Falken, Mac Winten, Wintenburg, Bridgerton, ja. Einfach Hanford oder Bagley? Auch nicht schlecht. Ich fände irgendwas mit Mac gut. Wie wäre es denn mit Mac Hanford oder Mac Bagley? Mac Bagley? Wenn ihr das gut findet, schreibt mal Mac Bagley oder Mac Hanford. Ich finde auch irgendwas mit Mac cool. Mac Dylan. Mac Bagley. Mac Bagley. Mac Bagley. Mac Bagley. Mac Bagley. Mac Bagley. Ah, es ist schwierig. Die meisten von euch schreiben McBagley. Aber McBagley klingt schon cool, oder? McBay. Oh, McBay. Oh, nennen wir sie McBay. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Was haltet ihr von McBay? Das ist auch nicht zu lang. Das kann ich auch besser aussprechen. McBay? Dann haben wir so alles so ein bisschen drin. Edgy Donalds. McBay. Okay, komm, McBay klingt großartig. Ja, Brainstorming-Moment abgeschlossen. Achievement, meine Lieben. Achievement für uns. Nice. MC. Bay. McBay. Schreibt man das zusammen? Wie schreibt man es? Schreibt man es so? Schreibt man es mit einer Lern-Taste? Schreibt man es zusammen? Schreibt man es getrennt? Schreibt man es zusammen? Schreibt man es getrennt? Man weiß es nicht. Weiß man es? Ach, schön. Das ist gut. Ja, haben wir. Zusammen. Okay, dankeschön, ihr Lieben. Jetzt brauchen wir einen Vornamen für unsere Lady. Einen Vornamen für unsere McBay. Oh, das ist so süß. Alma finde ich halt richtig süß. Aber Alma könnte ich mir auch unglaublich gut für unsere Tochter vielleicht vorstellen. Vielleicht unsere Tochter Alma. Fiona. Fiona habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gelesen. Fiona finde ich auch schön. Alma McBay. Oh, vielleicht wird unsere Tochter Alma heißen. Crazy. Und Loch Nessielein, dankeschön für deinen Follow. So, Entschuldigung. Ich bin wieder voll bei euch mit den Namen. Mary Lou. Finja. Finja McBay. Da finde ich Fiona doch ein bisschen schöner. Also Finja ist ein toller Name, aber ich finde Fiona würde dann doch ein bisschen besser passen. Alma finde ich gut, aber Alma vielleicht wirklich fürs Kind. Ich finde den Namen Alma echt schön. Und Anna Hallöchen. Aurelia. Holly. Julie. Tabila. Und Kassel Hallöchen. Mary. Julie. Julie. Hola. Judy. Abby. Oh je, mir, 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 mir. Florence McBay. Florence. Ah, da tue ich mir schwierig mit dem Aussprechen. Phoebe. Es wäre halt gut, wenn wir auch einen Namen hätten, der nicht in der letzten Challenge schon vorgekommen ist oder in der aktuellen Challenge. Julia. Ellie. Oh, Ellie kann direkt zweimal. Ellie McBay. Fände ich schön. Ellie McBay. Ellie Penelope McBay. Penelope McBay. Ist fast zu lang. Oder? Penelope Penny. Penny. Oh, süß. Wir können sie Penelope nennen und mit Penny abkürzen. Ah. Beatrix. Auch schön. Wir nennen mich irgendwie an die Nanny. Und einfach Vivi und Dankeschön für deinen Follower. Herzlich willkommen. Also, was wäre mit Penelope McBay? Und dann kürzen wir sie immer ab mit Penny. Ich meine, es ist Mama, wir sagen Mama, aber wir können sie Penny nennen. Wir können sie auch gleich Penny nennen. Was findet ihr besser? Penny oder Penelope? Und Special Guest Hallöhrchen Penny. Die meisten schreiben Penny. Penelope Penny, 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 Penelope, 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 Penelope. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Abstimmung. Abstimmung. Ich mach fix ne Abstimmung. 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 Penny oder Penelope. Penny. Penelope. 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 Ihr könnt abstimmen. Eine Minute. Lucy, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Ne ultrafixe Abstimmung. So. Also, ihr könnt abstimmen. Oh, Penny und Penelope, Kopf an Kopf rennen. Euer bitte. Euer bitte. Euer bitte. Euer bitte. Sonst denkt man an den Supermarkt, hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Wir bauen mit Custom Content. Denn ich hab so viel. Oh mein Gott, ich muss euch noch was erzählen. Ich musste so lachen. Ich hab so viel davon. Meine Mama hat heute Morgen Kuchen gebacken, ihr Muttertagskuchen. Und ich war in der Küche und hab ihr geholfen, das in diese Form zu kippen. Und dann hab ich irgendwas zu ihr gesagt. Und dann meinte sie so, bla bla bla, denn ich hab so viel davon. Und ich so, oh! Mama, wir können jetzt singen, wenn du willst. Und da hast du stand, ich darf den Tag da reingefüllen. Und ich so, denn ich hab so viel davon. Und sie so, hä? Und ich so, ja, egal. Passt schon. Und Sierra Kava, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich Willkommen. Okay, 107 zu 97 für Penny. 108 zu 97 für Penny. Das wird Penny McBey sein. Und ich find das großartig. Es ist ein wunderschöner Name. Fühl ich absolut. Sie ist absolut eine Penny. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Ist cool. Supi-dupi. So, unsere Penny. Ich würd sagen, ähm... Es ist eigentlich egal, was wir ihr jetzt geben. Vielleicht wird sie eine Supermutter. Ähm, ich hab's schon gelesen, Angel. Warte kurz, wir erstellen erst noch den Papa und dann reden wir über die Tochter. Und, ähm... Zucki-Fina-Nähchen. Lili, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank dir für deinen Support. Ich freu mich riesig über deinen Prime-Sub. Herzlich Willkommen im Stoffsaugerbeutel und ganz viel Spaß bei den Emotes wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Wie cool. Genau, okay. Das heißt nämlich, dann hätten wir, ähm... Die Mama schon erledigt. Dann müssen wir nur gucken, wie wir den Papa jetzt noch machen. Geschwister? Ich glaub, das sprengt ein bisschen den Rahmen, genau. Genau, wir spielen mit der Tochter eigentlich. Das ist der Plan. Ganz genau. Wollen wir, wollen wir, wollen wir, ähm... Ich muss kurz überlegen. Wollen wir... Wollen wir... Landschaftspflegerin eher. Merkmale würfeln. Genau, das war jetzt... Ich hab noch eine Weile gebraucht, aber das war der Plan. Und, äh... Ja, Runa, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du reinschaust. Ähm, wollen wir... Wollen wir würfeln, ne? Paranoid, Bro und sprunghaft. Ähm, Anni, ich weiß es grad nicht auswendig. Schau mal in die Mod-Liste mit rein. Ähm, da hab ich einige Creator verlinkt und da steht auch drin, wer von den Creatoren, ähm, in deinem Zubehör macht, Accessoires und da findest du den auf jeden Fall. Also... Mh... Mh, das können wir alles irgendwie nicht lassen, ne? Sie ist vegetarisch. Sie ist fröhlich, liebt die Natur und ist vegetarisch, okay? Ordentlich, weil sie den Haushalt macht. Ah, ist doch eigentlich okay. So schön und jener Lähchen. So ist das schön, oder? Und Popcorn-Cotten-Candy-Hallöchen. Dann lassen wir es so. Sie ist wirklich hübsch, gell? Und, äh, Elean-Drecks-Hallöchen. So, jetzt machen wir den Papa. Next one. Und man esse Hallöchen. Jetzt kommt der Papa. Lalalalalala. Jetzt machen wir den Papa. Oh. Zucchini-Mixeln. Oh. Und Schellibuhn, Hallöchen. Ja, mach das, Lilly. Schön, dass du den Anfang mitbekommen hast. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Arbeitstag. Schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und, ähm... Äh, Shelly Moon, habe ich jetzt Hallo gesagt? Hallöchen. Und wollt das Hallöchen. Black Cat, Hallöchen. Ja, neue Challenge. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir Tiere dazu machen, weil sie ja auch einen Hof haben. Ich glaube, da sind sie genug beschäftigt. Äh, und wann... Äh, wann... Ja, Hallöchen. Schön, dich zu sehen. So. Also, was wollten wir machen? Er ist ordentlich... Oh, nee. Komm, ey. Ich würde sagen, er ist... Ähm... Ein Vielfraß. Der muss ja auch viel arbeiten. Dann muss er auch viel essen. Und er ist vielleicht... Pff. Ähm... Aktiv? Nee, passt auch nicht, ne? Tierfreund? Ja, oder? Und Lili, Hallöchen. Ja, dann kriegt er halt Tierlieb. Nee, warte mal. Ähm, was war das? Hier. Landschaftspfleger. Und Artemis, Hallöchen. Kriegt er Landschaftspfleger, ja? Okay. Dann Name machen wir zum Schluss wieder. Und Aka, Hallöchen. So, dann kriegt er jetzt erstmal eine neue Frise. Einen anderen Skin. Und vielleicht bleibt der Schnurrbart. Wir gucken mal. Auf eben Schnurrbart. Ich finde Schnurrbart eigentlich ganz lustig mal. Selten ein Mann mit dem Schnurrbart. Und why not, ne? Können wir eigentlich schon machen. Schnurrbart. Mirai, Hallöchen. Und Sina, Hallöchen. Die Mama heißt Penny. Eine Glatze wäre doch mal was Neues. Ja, das können wir auch machen. Oder so eine Halbglatze vielleicht. Vielleicht habe ich sowas. Nee, viel zu geschniegelt. Ein bisschen bräunlich, weil er halt viel auf dem Feld steht. Und dadurch halt schon ein bisschen Farbe abbekommen hat. Aber nicht zu viel. So. Augenbrauen müssen anders. Und Alicia, Hallöchen. Geheimratsecken. Ja, sowas fände ich spannend. Wilde Augenbrauen, weil er sich die ja nicht zupft. Geben wir ihm blonde Haare. Boah, der hat voll die krassen Augen. Und Tuna, Hallöchen. Und Annalisa, Hallöchen. So, let's have a look about the Schnauzer. Haben wir einen Schnauzer? Oder so richtig Wookie-mäßig. Fände ich jetzt auch nicht schlecht. Fände ich jetzt nicht schlecht. Und Popcorn-Allöchen nochmal. Fände ich jetzt nicht schlecht. Fände ich jetzt nicht schlecht. Fände ich ist beautiful. Besser? Geheimratsecken. Habe ich so eine Frisur? Die haben alle mal so volle Haare. Julina, Hallöchen. Die haben alle mal so volle Haare irgendwie. Unsere Männer. Oh, Cutie. Sehr volle Haare, die Männer hier. Allesamt. Ne, ist ein bisschen zu wild. Oh, ehm. Hallo, insane Drakogi, insane Drakogilove. Schmati, dankeschön für deine sieben Monate. Vielen, vielen, vielen Dank dir für deinen Resub im Sitten. Danke. Schön. Und schön, dass du heute da bist. Hallo, Schmati-lein. Good day. Also, ich fände eine ganze Glatze ein bisschen too much, muss ich sagen, weil mit dem Hinblick, dass er ja auch, und Katte, Hallöchen, dass er ja auch auf dem Land arbeitet, ne? Und ich glaube nicht, dass er Bock hat, sich jeden Tag die Haare glatt zu schoren. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Zu scheren, schoren, scheren, zu nornen. So, was gäbe es natürlich. Oder... Halt einfach was Kurzes. Da wächst es halt gerade wieder nach. Oh, da oben ist eine Blatte. Da gibt es halt keine gescheiten Haarfarben, finde ich. Ich versuche nur, euren Vorschlag umzusetzen. Ja, wahrscheinlich schon Min. Also, wir gucken gleich mal, ob wir Tattoos erleben wollen dann. Oder in Hanford, aber in die Richtung gehen wir. Mach mal grau, aber er ist ja noch nicht alt. Ach, du meinst wegen der Haarfarbe, ne? Ah, schwierig. Ja, ich fände auch so eine... Oh Gott, ich kann nicht ohne Custom Content Haare. Eher so eine langen Haarfrisur. Könnte ich mir bei ihm halt so ungepflegt und langen. Oh, schade. Die hätte, glaube ich, gut gepasst. Sad. Ungepflegt und langen für den Daddy. Weil er gar keine Zeit hat für nix. So, dass die Frau schon schimpft, du musst wieder zum Friseur. Mach dir einen Termin aus bei der Gertrude, die schneidet dir die Haare. Und er so, boah, nee, geh mir fort mit der Gertrude. Ich hab keine Zeit, ich muss mich düngen, düngen. Feldarbeit, keine Zeit. Und er so, doch, du musst zur Gertrude. Du musst dich schneiden, sieht furchtbar aus. Wie rennst du nur rum, sagt die Penny dann. Wie rennst du nur schon wieder rum? Ich mach dir jetzt einen Termin bei der Gertrude. Es reicht. Lotte, Hallöchen. Da. Da haben wir auch die Haarfarbe. Das ist mein Vater, wie du gerade beschreibst. Look at this. Und Tanaklou, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Guck mal, das ist er. Das ist er doch. Guck mal. Hey. Hey. Oh, ja. Ja. Wir machen nochmal ein anderes Haarfärbchen, okay? Ja, look at this. Sieht irgendwie ein bisschen jung aus. Also, wir können ihm andere Augenbrauen geben. Ob das hilft? Weiß ich nicht. Der Skin, der Skin ist das Problem. Wir ändern den Skin nochmal. Wir ändern den Skin nochmal. Ich mach die Ausrufezeichen Challenge. Und das ist die Unterschiede im Stammraum Challenge, die wir jetzt anfangen. Du wirst genau richtig, weil wir fangen gerade erst an. Oh, nein. Oh, ärgerlich, Alice. Das war bestimmt voll die Arbeit, das wieder hinzurichten, oder? So, wir brauchen einen anderen Skin. Der Boy sieht nicht so nicer aus mit dem Skin, haben wir festgestellt. Der Skin ist besser. Der lässt ihn auch ein bisschen gestresst aussehen. Ja, der braucht tatsächlich ein bisschen mehr Muskeln, weil er ist ja viel auf dem Land unterwegs. Da stelle ich mir ihn schon ein bisschen kräftiger vor, ne? Ah, vielleicht schon ein bisschen dünner. Stramme Waden. Ja. Doch, doch. So. Let's have a look. Wir nehmen Arbeitsklamotten für ihn. Vielleicht so ein Bierbauch. Aber der ist viel unterwegs, ne? Vielleicht so ein bisschen Bierbauch. Und Milchchen, Hallechen. Ein bisschen nur. Nur ein bisschen. Gibt's eine zerfetzte Hose? Ja, glaube schon, aber nicht Sisi. Wir müssen ein bisschen scrollen. So, vielleicht? Und sehr frier. Hallöchen. Und Grimmsdings. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Sandalen mit Socken. Oh, sexy. Aber nicht, wenn er aufs Feld geht. Vielleicht eher beim Abendoutfit, dass er Sandalen mit Socken ankriegt. Das ist sein schickes Ausgehoutfit. Und dann Sandalen. Wir gucken mal, ob wir Sandalen haben. Oh, wie schön. Sehr friert. Das hört sich toll an. Und Lori, Hallöchen. Sandalen mit Socken, meine Lieben. Wo haben wir Sandalen? Sandalettos. Oh ja. Perfekte. Was? Socken in Sandalen? Ja, großartig. Großartig. Ja. Next. Wir machen direkt weiter, ihr Lieben. Oh, das sieht doch schon gut aus. Schlafen. Ist irgendwie süß, ne? Bleibt. Und Rinosaurierlichen. Oh. Das ist aber schick, ne? Boy, das ist zu schick. Geht nicht. Kannst nicht machen. Das ist super. Keine Gummistiefel? Nee. 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 Da die Penny. Oh, süß. Ein Blümchen am Ohr. Oh. Ja, hier gucken wir jetzt nach einem karierten Hemd. Das ist eine gute Idee. Oder sowas hier. Oh. Auch hübsch. Ja. Mich gefällt es dir? Er ist so, hm. Bin ich sicher. Sandalen in Socken ist richtig deutsch. Finde ich gut. Linguine, Hallöchen, die Nudel. Wie geht es dir? Oh, du bist lieb. Dankeschön. Das freut mich sehr zu hören. Wie schön. Wie sieht es aus? Sind wir happy? Wieso ist es eigentlich schon wieder so dunkel geworden da draußen? Wollen wir doch wieder heller machen, ne? Nun denn. Nun denn. Das ist schon schön. Oh, schön. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt. Der moderne Landwirt geht barfuß in den Kuhstall. Ach so. Ganz genau, Black Cat. Ganz genau. Ah. Er trägt halt echt einfach was da. Genau. So sollte das doch sein. Das ist der moderne Mann im Landleben. Flair. Das, was die Penny ihm rauslegt, wird angezogen. Die Penny hat einen guten Geschmack. Socken im Sommer? Was meint er? Uh. Nee. Wäre ein bisschen wild. Da hat sie ihn ein bisschen schick gemacht. Nee, hat sie nicht. Da ist es besonders kalt. Hat er sich einfach was übergeworfen. Damit er loskommt. In den Hof. Damit er endlich arbeiten kann. Da hat er sich schnell was übergeworfen. Melissa, Hallöchen. Stimmt, Zwillingskind. Manchmal würde ich ja gerne die Kommentare der Sims hören. So, so Allah. Ist das dein Ernst? Dass du mich so rumlaufen lässt. Fände ich schon sehr lustig, oder? Fände ich schon sehr lustig. Wir geben ihm jetzt keine Mütze aus dem Hintergrund, dass er dann ständig diese Mütze auf hat. Und das nervt dann. Wisst ihr? Das nervt dann. So, er sieht süß aus. Er ist, äh, angezogen. Wir werden ihn nicht aktiv spielen. Deswegen ist das jetzt... Alter, dein Piercing. Ui. Betreibt doch. Entschuldigung. 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 Netso, Freund. Wir brauchen jetzt einen Namen für unseren... Ehemann. Der auch McBae mit Nachnamen heißen wird. Hank. Oh. Nice. Der Zwiebellook. Ich lieb's beim Winteroutfit. Ja, same. Ich mag das auch mal voll schön. Voll gerne. Andrew, Charlie. Oh, Charlie find ich auch schön. Charlie und Penny. Michael, Mario. Leonard, Tucker. Paul. Andrew, Roland. Ronald. Bob. Bob Franklin. Robert. Stefan. James. Ralf. Ron. Henry. So, so. Ron kam jetzt auch schon mehrfach. Dominic. Wann spielen wir denn aktiv? Naja, wenn die Sims erstellt sind. Sobald wir die Sims erstellt haben. Homer, Miles, Bob. Ah, schwierig. Aha. Colin. Knopf, ja, Lüchen. Jim. Und Fliegeenter, Lüchen. Ja, der hat ganz kleine Lashes drauf. Wartet mal ganz kurz. Sekunde. Sekunde, bis Sekunde. Okay. Ja, also das ist jetzt schwierig, ne? Also. Was passt denn zu Penny? Oh, Marlon finde ich auch schön. Emma, Hallöchen. Charlie. Charlie und Penny. Nile. Levis. Brutus. Louis. Oh, Robert kommt mir nicht in die Tüte. Ron und Penny McBey. Können wir sagen immer nur Papa, ne? Oh, oh. Penny und Paul. Paul und Penny. Ja, nimm mal Paul. Ist doch süß. Ist doch süß. Ah, passt schon, Andi. Passt schon. Paul ist süß. Ich glaube, wir machen das mit der Abstimmung dann bei der, beim Hauptsinn, wenn unser Girl dann da ist. Wir nehmen Paul. Paul ist süß. Paul und Penny. Ist doch süß. Paul und Penny. Ist doch süß. Paul und Penny. Ist doch süß. Eine P-Familie. Paul und Penny. Paul und Penny. Ne, wir nehmen Robert nicht. So heißt mein Schwiegerpapa. Und ich kann nicht immer den Namen hören. Und wenn der dann schirrt, bin ich traurig. Das machen wir nicht. Es gibt so ein paar Namen, die kann man nicht nehmen. Mal gucken, Nicole. Mal gucken. Sie sind schon verheiratet. Habe ich schon gemacht. Ist die Ehefrau. Okay, Paul und Penny. Ist doch süß. Und jetzt werden wir ein Genexperiment mit Paul und Penny machen. Mit Paul und Penny. Ja. Mir geht's gut, Blackhead. Dankeschön. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Oh, Ival. So. Mit unserer Mama natürlich. Und das Ganze soll das Kind sein im Teenager-Alter. Genau, wir starten als Teenager. Okay, wir gucken sie uns jetzt mal an. Alles weg. Alles weg. Haare weg. Klamotten weg. Willkommen zurück. Ich mag Kekse ohne Teig. Alles weg. So, der Skin ist schon ganz schön. Beziehungsweise, warte mal. Ja, sie hat ein Skin drauf. Also, die Grundfarbe ist natürlich schwierig. Also, wir müssen jetzt mal gucken. Wir brauchen ein Skin. Oh, der ist ganz wild. Wir brauchen ein Skin, der auf jeden Fall... Also, ich würde sie... Ähm... Was musst du noch bestätigen? What? Wait. Wie denn? Ach so. Danke. Ich habe mich schon gewundert, warum da nichts war, ne? Äh, dankeschön. Also. Äh, dann... Gucken wir mal nach einem Skin. Ich würde den Skin dunkel wählen. Nicht ganz so dunkel wie die Mom, aber schon sehr in die Richtung ihrer Mom. Wir brauchen so einen guten... Einen guten Mittelweg, sage ich mal. Aber einen schönen Skin natürlich, ne? Das ist schon nicht schlecht. Der glänzt zu sehr. Der glänzt zu sehr. Wir könnten... Warte mal. Ist das der Skin ihrer Mom? Da müssen wir mal schauen. Ob das der Skin von ihrer Mom ist... Ne. Das ist ein anderer. Gut. Ja, aber die Haare sind leider wild, ne? Das müssen wir gleich mal ändern. Sind wir eigentlich im richtigen Outfit? Ja. Perfekt. Emalichen! So. Let's have a look. Oh, der ist bestimmt auch schön. Oh! Oh, der ist auch schön. Ne. Lass uns gleich nochmal nach den Namen schauen. Lass uns die erstmal erstellen, dann können wir ja sehen, wie sie aussieht. Also den finde ich schon mega, den Hautton hier. Lili, hallo. Hab ich das schon gesagt? Mach mal ganz kurz ihre Haare dunkler. Wow. Oh mein Gott. Sie ist so schön. Ich mach ihr die Augen aber dunkler, würde ich sagen. Entweder machen wir die Augen... Wartet ganz kurz. Och Mann. Mach dir nichts so aus, Andra. Ich fühle mich so technisch. Wartet kurz. Entschuldigung. Ich bin gleich fertig. Ich muss nur ganz schnell noch was antworten, weil das wichtig ist. Sonst dauert die Antwort nämlich zu lang, bis ich die abschicken kann. So. So. Oder blau. Die Augen vielleicht ein müh größer. Ja, ja, ein bisschen... Also normalerweise lasse ich geborene Sims ja so, wie sie sind. In dem Fall haben wir ja so ein bisschen Mitsprache recht, weil wir sie ja theoretisch, ne, auch hätten erstellen können. Deswegen gönnen wir mal ein bisschen. Oh, jetzt sieht sie ein bisschen gruselig aus. Ah, es muss halt zu ihr passen. Uh, zu glasig. Und ihr bin's. Hallöchen. Schön dich zu sehen. Oh, wie schön. Schön, dass du reinschaust. Oder so gräulich. Grau wäre... Oh. Grau wäre vielleicht auch cool. Oh, viel Spaß, Livia, dabei. Und Benbo. Hallo. Ah, schwierig, oder? Schwierig. Und, äh, Mimsi... Äh, äh, herzlich willkommen. Dankeschön für deinen Follow. Also ich finde, man darf halt nicht... Also ich würde jetzt nicht... Ich würde sie jetzt nicht komplett special machen. Also... Das ist ja jetzt im Prinzip so ein dunkelgrau-grün, ne? Und Clarissi, hallöchen. Jasmin. Auf einen weiteren Monat im clownfreien Safe Space. Finde ich so. Nicht gebräumte Haut. Jasmin, dankeschön für deine 13 Monate. Vielen, 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 vielen Dank dir für deinen langen Support. Ich freue mich riesig über deine 13 Monate. Danke. Schön. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Ich liebe deine clownfreie Safe Zone, ey, wirklich sehr. Vielen Dank. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Das fände ich noch schön. Aber ich finde, wir dürfen es halt nicht übertreiben mit den Augen, weil... Guck mal, da haben wir sogar verschiedene Farben drin. Da ist ein blau-grün dabei. Die finde ich jetzt ganz schön. Weil es soll ja auch nicht so... Komplett... Verloren aussehen, wisst ihr? Das ist unser erstes Sinn für die erste Generation. Was du jetzt hast, sieht sehr schön aus. Oder, Lucy? Finde ich nämlich auch. Die Haarfarbe ist mega, ja. Also ich finde die Haarfarbe auch nicht schlecht, weil die passt auch ganz gut zu ihrem Skin und so. Wir haben aber noch keine Frisur rausgesucht. Da müssen wir jetzt noch gucken. Ja? Ja, natürlich. Ja, ja, mach ich. Hast recht. Wimpern erstmal. Das ist... Wie viele Generationen gibt es jetzt aktuell? Erstmal, ich glaube, fünf. Aber wir können die Challenge jederzeit noch ein bisschen anpassen, was Generationen betrifft. Too much. So. Ich finde, sie hat sogar schon ein bisschen Sommersprossen, oder? Oh, guck mal, der deckt gar nicht der Skin. Ah, doch. Oh, no way! Wie süß ist es! Komm, sie hat Sommersprossen! Mh, oh! Sweet! Oh, süß! Oh, sie sieht sowohl schön aus. Ich liebe sie jetzt schon. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Was sagt ihr denn? Oh mein Gott! Look at this! Oh mein Gott! Das sieht so toll aus! Hä? Das ist voll toll! Das ist voll! Boah! Vor allem, das wäre halt wirklich praktisch für die Hofarbeit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, sie wird ja wie ein Model. Oder, äh, Avanderia, herzlich willkommen! Oder? Voll! Richtig schön und trotzdem sehr natürlich. Also es ist trotzdem alles sehr natürlich, ne? Sie ist morgens aufgestanden, hat sich die Haare einfach nach hinten gemacht und ist halt los. Lange Haare? Wir haben immer lange Haare. Wir haben voll oft lange Haare. Außerdem kann sie die langen Haare ja nicht lassen, wenn sie, wenn sie auf dem Hof arbeitet. Also sie werden ja eh hochgesteckt. Und dann haben wir ja gar nichts von unseren langen Haaren. Also so werde ich sie nett auf dem Hof arbeiten lassen. Also ich finde, ich finde es sogar fast, ja genau, sogar fast noch kürzer. Also ich kann es ja nicht jedem recht machen, das wisst ihr ja. Ich versuche die Mehrheit zu berücksichtigen, aber ich kann es einfach nicht jedem recht machen. Seid mir da bitte nicht böse. Das geht einfach gar nicht. Ähm, also ich fand die jetzt schon krass schön, muss ich sagen. Also ich finde es schon krass schön. Ähm, Benni, hallo erstmal und herzlich willkommen. Du kannst Ausrufezeichen Sims-Mods in den Chat schreiben. Dann kriegst du die Mod, äh, genau. Und Andi hat es schon für dich gemacht. Da kannst du einfach draufklicken. Also ein Dutt kann sie sowieso immer haben. Und Nele, Hallöchen. Also zusammen kann sie sich die Haare sowieso immer machen. Lasst uns mal Alltag fertig machen und später machen wir die Haare noch ein bisschen zusammen, okay? Na, wir haben ja noch andere Frisuren. Ich kann ja auch andere Creator noch benutzen, die ähnliche Längen haben. Ne, wir können ja dann auch sowas hier benutzen oder so. Da sind wir ja, da sind wir ja komplett offen noch. Genau, und sie kann sich die ja immer noch lang wachsen lassen, genau. Aber ich stelle mir sie halt eher so ein bisschen als wildes, wildes, äh, Hofgirl vor, die halt auch einfach nicht so viel Zeit hat, sich jetzt die Haare so schick zu machen. Hm. Da sind leider die Haarfarben blöd. Hm. Wäre auch okay. Ist auch nicht schlecht. Hm. Schwierig. Das mit dem Haarband ist halt offen. Und da sieht sie... Ne, sowas hatten wir schon so oft gehabt mit dem Haarband. Ah. Da sieht sie aus wie ein Strumpelpeder. Viel zu voluminös. Auch irgendwie süß, aber sie wird sich die Haare ja nicht so flechten. Äh, nicht so im Lockenstab machen. So, Sumaltine, willkommen zurück. Die ist zu sehr gemacht, die Frisur. Ja, also damit könnte ich mich auch anfreunden. Das ist schon süß, ne? Kurze Haare vorhin waren super, man war was anderes, was freches, neue, neue Challenge, neue Haare. Also ich fand die kurzen halt am schönsten. Fand kurz cooler. Kurze Haare, ja, ich fand die auch am schönsten. Okay, dann lass uns nur noch eine Kurzhaarfrisur finden, die uns allen gefällt. Oder zumindest einigen von uns. Nee, die ist nett. Die Bömmels, guck mal, wir haben auch eine Bömmelfrisur. Süß. 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 Also ich glaube, diese wilde Frisur ist einfach ihr Ding. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, das ist einfach ihr Ding, diese wilde Frisur. So grad, so gebändigt, einfach hinter die Ohren geklemmt und gut ist. Hm. In dem Farbton und dann können wir da noch so viele andere Frisuren auswählen. Ich hab noch so viele Frisuren dazu. Gut, haben wir das geklärt, meine Lieben. Haben wir geklärt. Sie kriegt süße Ohrringchen. Das ist so toll für ihr Gesicht, seh ich auch so. Wir lassen jetzt mal Tattoos und Piercings weg, weil sie ist ja auch so ein ganz strammes, frommes Girl, ne? Sie kommt ja vom Land. Ihre Eltern haben gesagt, kein Sex vor der Ehe. Sie hält sich da dran. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das Teenager-Girl ist, die sagt, geil, ich will überall Piercings und überall Tattoos. Ich meine, wir müssten nicht ganz so krass klischee-mäßig sein. Aber ich denke, dass sie erstmal so ein bisschen brav ist und das gute Girl ihrer Eltern und so. Wisst ihr, so eine süße Maus einfach. Die jetzt einfach auf eigenen Beinen steht, weil ihre Eltern ihr ein Stück Land gekauft haben. So würde ich sie jetzt erstmal machen. Dann können wir immer noch gucken, wie wir sie, in welche Richtung wir sie entwickeln und wie sie letzten Endes sein wird. Die sind vom Skin dunkler, die Lippen. Ob sie auch eine Sehschwäche hat wie ihre Mom? Ich glaube nicht, ne? Nee. Die Bienchen waren süß. Ich glaube, ich habe auch keine anderen. Ich glaube, wir müssen die Bienchen auch nehmen. Die waren die süßesten. Oder kleine Stecker, ja. Kleine Stecker gehen halt auch immer. Oh, süß. Mond und Sterne. Tobi, Hallöchen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's gut? Wie geht's dir? Sehr gut, Tobi. Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Oh, aber die sind fast ein bisschen zu wild, oder? Erdbeeren. Finde ich fast ein bisschen zu groß. Vielleicht so kleine, wie eine Maya-Steckerchen. Guckt mal. Die sind doch cute. Ja, dann nehmen wir die kleinen Stecker. Gut. Süß. Make-up kriegt sie keins. Ich glaube nicht, dass sie die Zeit hat, sich zu schminken. Ich mache sie ein müh-dünner, weil meine Sims ja sowieso immer so zunehmen. Dann habe ich sowieso gleich wieder mit Sport zu tun. So, ich will jetzt einmal kurz gucken. Mh. Mh. Süß. Damit sieht sie schon viel zu erwachsen aus. Okay. Ich gucke mal nach einer Latz-Hose in China. Hallöchen. Also, wir müssen dran denken. Sie ist ein absolutes Hof-Girl. Ja, das wird cool, Vanessa. Das wird richtig cool. Also, sie wird ja ein richtiges Hof-Girl. Oh, die Farben sind irgendwie süß. China, das ist, äh, unser Start in die neue, in die neue Challenge. Das ist unsere, vielleicht Alma. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir gucken gleich nochmal wegen dem Namen. Aber Alma ist schon einer der Favoriten. Rot steht ihr. War das nicht so krass, fand ich? Ich fand es fast ein bisschen zu wild mit dem Rot. Ah. Nee, keine hohen Schuhe. Wir brauchen was Flaches und was Zunes eigentlich. Nee. Genau, Alice, genau. Mal gucken, Jasmin, ich weiß es gerade noch nicht. Wir schauen einfach, wie die Generationen laufen. Und dann können wir immer noch, wenn plötzlich ein neues Pack rauskommt oder sowas, die Generationen noch um eins erweitern. Und Lenja, Hallöchen. Anna, Hallöchen. Ich finde den Namen Pia auch schön. So wird aber meine Nichte heißen. Und dann fände ich es jetzt auch wieder nicht passend. Sorry, dass ich so viel auszusetzen habe an den Namen, aber... Also Pia finde ich auch wirklich schön, ne? Aber das wird der Name meiner Nichte werden. Wie sagt... Was sagt ihr dazu? Genau, der Stream wird dann wieder hochgeladen. Nee, die Eltern schenken uns das Grundstück. Wir wollten nur die Eltern mit erstellen, dass wir halt einen Stammbaum haben, einen kleinen. Könnt ihr mich daran erinnern, bevor ich aus dem Kass rausgehe, dass ich noch die Screenshots mache? Hast du nicht meine Story gesehen? Es war sehr wild. Was für eine Story? Achso, du meinst Sandy. Ich habe keine gesehen. Ja, genau. Und dann könnten wir nämlich sagen, wir fügen da vielleicht noch eine Generation hinzu oder so. Mal gucken. Also, wollen wir mal? Passt das? Ist schon schön, ne? Ist schon schön. Vielleicht geben wir ihr noch ein zweites Outfit. Oh, look at this. Oh. Oh, süß. Da ist ein Fuchs hinten drauf. Oh, das finde ich schon sehr schön. Was sagt ihr dazu? Ja? Ja, wahrscheinlich eher in die Okkult-Challenge, Andi. Das stimmt. Das stimmt. Das würde wahrscheinlich besser passen. Aber ich wollte nur damit sagen, dass wir generell ja offen sind, ne? Wenn jetzt plötzlich noch was cooles Release wird, was da reinpassen würde, dass wir dann immer noch die Generation erweitern können. Bis jetzt sind es aber erst mal fünf Generationen. Vielleicht haben wir danach eher Bock auf eine neue Challenge. Ah, verstehe ich, Shannon. Verstehe ich. Vielleicht nicht unbedingt schwarz. Ich finde halt, manchmal sehen die Outfits dann zu bunt aus. Wobei, das ist natürlich auch süßes. Aber das finde ich, steht ihr nicht so gut. Das finde ich noch ganz cute. Aber es ist ja eher dunkelblau. Ey, wir brauchen noch keine Namen, ihr Lieben. Lasst uns erst mal sie fertig erstellen und dann gucken wir mal, was gut zu ihr passt, ja? Ah. Sonst haben wir gleich, äh, sonst haben wir das ein Thema mit dem Namen nie. Ähm, lasst uns erst kurz und dann. Ich finde, es ist halt schwierig. Das Kleid, weil das nicht so körperbetont ist. Das hängt dann so runter wie so ein Sack. Ich finde irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das könnten wir ihr vielleicht beim Abendoutfit oder so geben. Oder beim, 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 bei dem hier. Girl, Entschuldigung. Sei bitte noch hübscher. Entschuldigung. Betreiben Sie nicht Ihre Base, Fräulein. Betreiben Sie nicht Ihre Schönheit. Oh, auch so süß. Gucken wir da nochmal. Wo war denn das jetzt gerade? Entschuldigung. Entschuldigung. Eine Regenjacke ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da. Ja, das Landhaus-Leben-Pack ist ein tolles Pack. Das macht sehr viel Spaß, damit zu spielen. Definitiv. Also. Oh mein Gott, das ist so cute. Wollen wir ihr das noch geben? Oh, das ist doch schön. Wenn sie zum Markt geht oder so. Und Ziggy's Welt-Hallöchen. Herzlich willkommen. Guck mal, das ist doch auch sehr süß. Eubosia-Hallöchen, wenn sie mal zum Markt muss. Oh nein, jetzt hab ich's. Oh. Oh Gott sei Dank. Strumpfhose. So. Lieber flache Schuhe. Ich hab halt nicht so schöne Flache, ne? Ich tu mir ein bisschen schwer mit flachen Schuhen, muss ich zugeben. Ah, wir lassen's mal. Wir lassen's mal. Okay, dann hätten wir das und Emi-Hallöchen als Alltags-Outfit. Und das hier als Alltags-Outfit. Finde ich süß. Finde ich sehr, sehr süß. Vielleicht, oh, oh. Vielleicht können wir ihr eine Haube auf den Kopf setzen. Oh, süß. Wartet mal. Es gibt doch so Häubchen. Oh. Wo sind die Häubchen? Kein Häubchen? Entschuldigung. Oh. Ooh. Oh. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt mal. Oh, wie süß. Ihre Haare sind wie gemacht dafür. Oh, wie. 18 Monate. Wie krass. Romantisches Gesicht. Schwarzes Herz. Ich freue mich so sehr, ein Teil von den Fussels zu sein. Schwarzes Herz. Bleib wie du bist, liebe Sandri. Hopp. Ey, krass, ne? Hopp, vielen, vielen, vielen Dank dir für 18 Monate. Und Ziggy's Welt, danke für den Follow, sehe ich gerade. Und Chrissy, danke auch dir für deinen Follow. Vielen, vielen Dank, Hope, für deine 18 langen Monate. Schön, dass du mich immer noch so begleitest. Und ich freue mich immer, wenn du da bist. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Schwarzes Herz. Ja, Marlenes Farbenblind. Vielen, vielen Dank dir, Hope. Und schön, dich zu lesen. Good day. Und Mirali, hallöchen. Also, also das schon schön, oder? Ja, es glitscht ein ganz klein wenig an ihren Haaren. Aber mein Gott, ist doch auch egal. Ah. Es ist einfach süß. Ja, Marlenes Farbenblind. Kann man nichts machen. Das machen wir. Bei dem auch oder bei dem nicht? Das ist halt auch einfach süß, ne? Es ist halt auch einfach süß. Nee, das ist nicht so. Nee. Nee, das ist zu cool. Zu cool ist sie nicht. Sie ist nur ein bisschen cool. Aber nicht zu cool. Würde halt aber natürlich auch passen, ne? Hier steht alles, ja, voll. Hier steht wirklich alles. Also, das finde ich halt auch echt süß. Das Haarband geht nicht. Nee, die gehen auch alle nicht, leider. Weil die sind zu einer anderen Frisur. Ein Früchtchen. Selina, herzlich willkommen erst mal. Hallo. Ist das der neue Creative Sim? Also, das ist einfach nur ein Hintergrund, den ich geändert habe bei Sims. Man kann den Hintergrund einfach ändern durch Custom Content. Also, es ist jetzt nicht neu oder so. Das ist einfach nur Custom Content drin. Also, ich würde das lassen. Ich finde es einfach süß. Und Honey Rose Hallöchen. Ich lasse das jetzt. Ah. Und Annika, du bist ja auch da. Annika, hallo. Danke dir, du bist lieb. Und Sveswebe, Hallöchen. Äh, also dann lassen wir es. Passt doch, oder? Oh nein, Leute. Wisst ihr, was mir jetzt einfällt? Oh, Sina, bist du noch da? Sina, zufällig. Unsere Sina, 16. Girl. Dann das Gefühl, alles nur Sisi. Ja, ein bisschen, ne? Und Fabi, Hallöchen. Mm, 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 mm. Selina, ich glaube, das würdest du nicht verpassen. Ich glaube, das würdest du mitkriegen, wenn es im Simps release wird. Okay, dann lassen wir es erst mal so. Und dann machen wir noch Abendoutfit. Boah, ein bisschen wild, ne? Girl, Entschuldigung. Das ist mir ein bisschen zu wild für dich. Nee, so nicht. So gehst du mir nicht vor die Tür. Nein, nein, nein. Oh. Aber so vielleicht. Und Dancing Queen, Hallöchen. Okay. Oh, danke dir, Dancing Queen. Da habe ich einfach vergessen, nochmal den Nuller zu spielen, ne? Ähm, ich werde, ich werde das Licht ändern. Sims Girl, warte kurz. So, Nummero Uno. Und Dos. Und Lisa, Hallöchen. Ja, wird am Ende auch hochgeladen, genau. Also, mm, das finde ich schon sehr cute, muss ich sagen. Das ist schön zu hören, Annika. Und Jerome ist auch da. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich habe halt echt nicht viele flache Schuhe, gell? Das hier vielleicht einfach, das ist doch süß. Und guck mal, mir vielleicht bei dem Outfit da eine andere Frisur machen. Vielleicht irgendwas leicht Hochgestecktes oder so. Auch irgendwie süß. Oder geklettet. Vielen Dank. Summer Ace! Ey, schrei nicht, Dancing Queen. Entschuldigung. Äh, also das finde ich schon süß. Dass sie halt die Haare dann glättet, wenn sie mal vor die Tür geht, so. Oder sich so einen kleinen Dutt macht, einen strengeren. Lalaloo, Hallöchen. Und Mini, Hallöchen. Das ist doch süß, oder? Ne, das passt schon ein bisschen zu wild. Das ist auch schön. Aber müssen wir nur einen Tick dunkler gehen. Oh, wobei. Ne, das ist die Frisur. Und Laura, Hallöchen. Dann machen wir, wenn ihr nichts auszusetzen habt, das nächste. Alles weg hier. Und Sport. Ich denke mal, beim Sport-Outfit gebe ich ihr auch... Ui, warte mal. Da gebe ich ihr, glaube ich, auch eine andere Frisur. Und Camilla Wock, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaut. Ich hoffe, dir geht's gut. Seh nix, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ja, kannst du machen, auf jeden Fall. Die Challenge beginnt, indem unsere Eltern uns ein Stück Land schenken. Und wir daraufhin aufs Land ziehen. Und dort... Ähm... Ja, und dort... Im Land arbeiten. Warum ist das so glitchy? Also, wir kriegen den eigenen Hof, sozusagen. Von unserer Mama. Und dem Papa. Das ist doch schön. Naja, Locken ist, glaube ich, stressiger als Kletten. Besonders mit dem Hinblick, dass sie ja jetzt ihr Abend-Outfit wählt, ne? Also, beim Abend-Outfit finde ich es besser wie beim Alltags-Outfit. Weil wir haben ja vorher die Frisur beim Alltags-Outfit machen wollen. Und da ist es halt too much, ne? Einfach. Wir machen in Rex for Riches draus. Wir kriegen nur das Grundstück und werden uns dann hocharbeiten. Wir fangen sozusagen bei Null an. That's the plan. Boah, ich bräuchte echt mal mehr Schlafklamotten, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich habe da zu wenig von. So, das haben wir eh schon fürs Party-Outfit zusammengestellt. Da kriegt es jetzt noch ein paar Schuhe. Oh, sieht das doch eigentlich süß aus, oder? Ah. Und wir können hier noch eins. Aber so oft machen wir jetzt auch nicht Party. Komm. So oft machen wir nicht Party. Ne, also Dancing Queen, ich habe die Challenge aus dem Internet. Die ist auch oben mit verlinkt in den Regeln. Aber ich habe sie ein bisschen umgeschrieben. Hat sie denn ein Haus oder ein Startbudget? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, sie fängt wirklich bei Null an. Wir fangen bei Null an. Und Moppily, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Schwimmen. Hm. Oh, das sieht cool aus. Oh, look at this. Moin, Zen. Good day. Klingt gut mit dem bei Null anfang. Wobei, ich glaube, dass das sich so ein bisschen mit ihren Haaren beißt. Ne, ne, mal lieber sowas. Heißes Wetter. Ach so, Andi, ja. Das habe ich noch nicht gemacht mit dem Stammbaum, weil der ja noch nicht existiert. Ich muss ihn erst mal anlegen. Und Lisa, Hallöchen. Ich habe es gerade gelesen. So, okay. Dann machen wir jetzt noch ein heißes Wetter-Outfit. Da können wir jetzt auch nochmal gucken nach den neueren, also nach den Sachen vom Landhausleben-Pack. Das ist auch süß, ne? Oh. Ich habe immer keine Mut zur Farbe. Ich sage es, wie es ist. Hm. Vielleicht so nur... Hm. Oh, guck mal, das ist cute. Oh, süß. Das passt richtig gut. Nee, das mit dem Band. Oh, das sieht schon süß aus, ne? Oh. Ja, also, Hachi, du kannst dich ja einfach selbst entscheiden, wie du die Challenge spielen willst. Du bist da ja auch ein bisschen frei, ne? Also, ich habe vorhin schon gesagt, aber ich glaube, da warst du noch nicht da, dass ihr euch natürlich ein bisschen an die Regeln halten solltet, damit es für euch natürlich auch eine Challenge ist. Aber letzten Endes ist es ja euch überlassen. Ihr sollt Spaß beim Spielen haben. Und wenn das bedeutet, ich mache hier mal ein bisschen weniger, wenn das bedeutet, dass du, um Spielspaß zu haben, die Entscheidung griffst, dass du vor der Ehe-Technik-Mächte hast, obwohl es in den Regeln steht, dann ist das so. Es ist ja dein Let's-Play sozusagen. Man versucht sich halt an die Regeln zu halten und es ist auch wichtig, ne, dass man da eine Richtlinie hat. Aber keiner ist euch böse, wenn ihr ein bisschen was an den Regeln schiebt. Und grobe Rocks, Hallöchen. So, dann lass uns noch Winter-Outfit machen, dann haben wir alle Outfits. Vielleicht nehmen wir hier echt den Regenmantel, weil den finde ich eigentlich immer ganz süß und den benutze ich so selten. Wo ist denn der jetzt? Der Schöne. Nicht der komische. Der da. Nee, wir machen lieber ein warmes Wetter. Ja, wir können gleich nochmal die Ohrringe bei den anderen Outfits auch hinterlegen. Die sind jetzt nur bei dem einen Outfit gerade noch drin. Das kann ich gleich ändern. Und Kittiket, Hallöchen. Und, und, äh, 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 ähm, 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 Camilla, Dankeschön auch dir. Also ihr beiden Dankeschön euch für die Follows. Vielen, vielen Dank. Und Mia, Hallöchen. Elle, Hallöchen. Mamanda, hey. So was Flauschiges vielleicht? Was Praktisches. Ah. Sag mal Gott, Hallöchen. Herzlich Willkommen. Er kann mir gern auf Discord direkt schreiben. Oder auf Twitch. Also ich sehe es auch, wenn er auf Twitch schreibt. Oder auf Instagram. Also Instagram, Discord oder Twitch. Discord wäre halt am einfachsten. Aber, ähm, ja. Na? Na? Gern auch auf Twitch einfach. Und Jenny, Hallöchen. Wahrscheinlich so bis 15, 16 Uhr heute. So, Dili. Ja, haben wir immer noch kein Outfit gefunden, ne? Schade. Nehmen wir das. Ist das schön? Ach so. Für welche Plattform? Ah, ich bin so dumm, ne? Für welche Plattform? Für welche Plattform? Pizzi. Okay. Ich hab gedacht, soll er mich erreichen, weißt du? Dass er mich erreichen will. Nicht, dass welche Plattform. Ich dachte... Auf welcher Plattform er mich suchen kann. Verstehst? Ja. Pizzi. Pizzi. Ja, ja. Ja, der Vorteil, wenn man das lesen kann, auch was da geschrieben wird, ne? Naja. Einfach Profi-Streamerin schon wieder. Also ich finde halt auch so eine Jacke ganz cool. Aber die hat sie halt dann immer an. Nervt mich dann direkt wieder. Pizzi. 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 Tja. Keine Ahnung. I don't know. Genau. Die anderen sind die Eltern. Die sind noch keine Senioren. Die sind noch aktuell junge Erwachsene. Nee, das ist nix. Das ist nichts. Ähm, ich guck da mal in der Galerie. Ich lad einen aus der Galerie runter. Beziehungsweise hab ich, glaub ich, sogar schon eine zur Seite gelegt. Die passen könnte. Gucken wir gleich. Aber die Farben für uns, die bauen wir dann natürlich wieder selbst. Genau. Oh, ich mag das immer nett, ein Winteroutfit auszusuchen, ne? Ja, ich krieg jetzt einfach einen Rollkragen. Mir ist egal. Aber der Regenmantel ist dann immer so groß und sperrig. Guck mal. Macht es, Annika. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Oh, schön, Nicole. Willkommen zurück. Und Antonia, Hallöchen. Ja, also da kann ich jetzt nicht im Stream drauf eingehen, Zigmargot. Also ich hab schon ein paar Erweiterungen. Ähm, also ist halt jetzt schwierig zu sagen, welche noch fehlen. Da bin ich morgen noch hier, weil es so viele Erweiterungen gibt. Also von dem Sims 1 hab ich gar keins. Ähm, außer Sims Megastar. Aber es gibt so viele Erweiterungen, dass sitze ich morgen noch mit der Aufzählung dran. Also ist jetzt ein bisschen schwierig, das On-Stream zu beantworten. Das krieg ich jetzt nicht hin. Also der Pullover ist ein bisschen zu kurz, ne? Für den Winter, würde ich sagen. Also von Sims 4 hab ich alle. Von Sims 4 hab ich alle. Da brauch ich nix. Es geht ja um die alten Wändern. Aber wie gesagt, ist grad ein bisschen unpassend im Stream. Also ich hab ihm ja schon gesagt, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt akut Not hab oder sowas. Also es wär cool, die irgendwann zu haben. Aber er kann mir dann einfach nochmal schreiben, wenn er was gefunden hat. Oder wenn er, wenn er, wenn er was, was Bestimmtes im Auge hat. Ähm, ja. Und außerdem geht Sims ja immer. Also ich denk, wenn er was irgendwo findet, dann kann er das ja mal mitnehmen und mal gucken, ob das dann passt. Aber das kann ich jetzt im Stream nicht machen. Ja, also das wäre, ich werd mir alle Packs holen sehen. Ich seh, wenn das Werwolfpack rauskommt, hol ich mir das definitiv auch. Und Fuffili, Hallöchen. Definitiv, ja. Hohl alle immer. Immer, immer, immer. Also das ist jetzt wirklich ein Problem mit dem Outfit, ne? Jetzt machen wir doch ein Ganzkörper-Outfit. Wir gucken mal, ob es irgendwas gibt als Winter-Outfit für vielleicht Hanford. Also dass wir was in der Richtung haben. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Stil? Entschuldigung. Oder Auswahl? Entschuldigung. Kaltes Wetter. So. Auf das Werwolfpack freue ich mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt, ey. Ich glaub, das wird ganz cool. Oh. Ich suche die krass, ja. Das ist viel. Das war teuer bestimmt. Mano! Kann doch nicht so schwer sein! Ich finde ja schon kein eines kleines Skorpion. Ich weiß nicht, ob ich zwei finden soll. Aber eigentlich ist das hier süß, ne? Sie kriegt das. Come on. Come on! Wir können sie ja dann immer nochmal umstylen, wenn uns das Outfit Unbehagen schenkt, ja? Ja, ab Mittwoch, Min. Ab Mittwoch. Heute um 18 Uhr kommt die Zusammenfassung. Und am Mittwoch kommt das erste, also die Zusammenfassung von der Rumi-Generation. Und am Mittwoch kommt das erste Let's Play vom neuen InDesign-Let's Play. Nee. Dezender. Wir brauchen's Dezender. Ein Monokel ist da. Vielleicht kriegen wir's noch rein, Seligse. Ja, dann könnten wir sowas machen. Das stimmt. Dann könnten wir sowas machen. Ich bin mal gespannt, wie das Pack wird. Und müssen wir mal auf uns zukommen lassen, erst mal. Vor allem haben wir ja noch keine genaue Vorstellung davon, was es dann letzten Endes alles beinhaltet. Also jetzt ist ja der... Also... Werwölfe kann ja noch ein bisschen umfangreicher sein. Ich will erst mal wissen, was es ist und was es kann und dann... Genau. Vor allem, weil es ja auch noch gar nicht offiziell jetzt bestätigt ist, dass es Werwölfe sind. Wir warten mal ab. Ist das nicht unrealistisch mit den langen Haaren? Was für lange Haare? Wo denn? Wo sind lange Haare? Flotter? Meinst du hier? Nee, das ist doch nur ein bisschen hochgesteckt. Und Ratsuka, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ist doch nur ein bisschen hochgesteckt, oder? Steckt. Stecker da gerade. Ja, das ist ja mal eine Ausnahme. Ist ein bisschen hochgesteckt. Wobei, ich finde, die Farbe passt halt nicht so gut, ne? Vielleicht nennen wir es doch nochmal. Und Madame Struggle, danke auch dir für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielleicht machen wir die Haare ein bisschen anders, weil die Farbe nicht so gut passt. Ne? Die ist halt ein bisschen unpassend. Ich verstehe aber gar nicht, warum, weil das ist doch die, oder nicht? Ach, ist sie tatsächlich nicht. Ha! Entschuldigung, hat die sich gerade geändert? Die hat sich doch gerade geändert. Die war doch so, oder? Hä? War die jetzt so? Haha. Doch, das ist die. Ja, das ist eigentlich die. Es ist ein bisschen unterschiedlich. So, fertig! Okay, was sagt die Challenge? Was sagt die Challenge? Merkmale sind frei wählbar. Bestreben entweder freiberuflicher Botaniker oder, wenn wir die Erweiterung haben, können wir auch das Bestreben, Landschaftspflegerin wählen. Jetzt können wir überlegen. Machen wir Landschaftspflegerin oder freiberuflich Botanikerin? Wir können auch erst mal freiberufliche Botanikerin machen. Und wenn wir das erledigt haben, können wir auch noch Landschaftspflegerin machen. Beides dann abschließen. Ja, dann würden wir erst das eine nehmen und dann das andere. Janine, Hallöchen! Sie kriegt gleich einen Namen. Macht Sinn, dass wir dann mit dem Garten anfangen. Genau, hätte ich mir nämlich auch gedacht, weil erst mal hat sie ja gar kein Geld, um sich Hühner und Kühe zu halten. Deswegen würde ich mit dem Base anfangen. Genau, gute Idee, ja. Botaniker. Und dann, wenn sie das erreicht hat, weil ich glaube, man erreicht es schon relativ baldig, dann gehen wir über zu Landschaftspflegerin, ja? Und dann kümmern wir uns um Tiere und sowas. Ich lade die Familie jetzt nicht in der Galerie hoch, weil ich da immer wieder hin und her bin, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Aber letzten Endes sollen die Familien ja unique in unserem Gameplay sein. Deswegen lade ich sie jetzt nicht hoch. Die werden nur bei uns jetzt sein, die Familie. Damit sie halt eben einzigartig im Universum sind. Ich finde es immer komisch, wenn man aktiv mit einer Familie spielt, die dann irgendwie allen zur Verfügung zu stellen. Und dann haben die irgendwie andere Geschichten und so. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Deswegen mache ich das jetzt nur für uns. Und Sangu, Hallöchen. Gut, dann haben wir das geklärt. Was wollen wir ihr für Merkmale geben? Also wir leben ja, wir leben ja abseits des Netzes. Also sowas ähnliches zumindest, ne? Mit dem Rustikal. Und Gina, Hallöchen. Oh, ich muss so trinken für kleine Mädels, ne? Mh. Mh. Liebt die Natur macht absolut Sinn, weil sie wird ja auch viel Zeit draußen verbringen. Ja, das macht absolut Sinn. Oh ja, Angel, Dankeschön. Bücherwurm liebt die Natur, vegetarisch, Tierfreund. Ja, vegetarisch fände ich nicht schlecht, ne? Zählen da auch Eier dazu? Ich bin schon wieder so dumm. Ich weiß das schon wieder. Zählen da auch Eier dazu? Da isst man doch auch keine Eier, wenn man vegetarisch isst. Richtig? Oder ist es dann vegan? Oh. Ist es dann vegan? Okay. Sind es vierzockerinnen, Hallöchen. Und Dankeschön für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Das wäre dann vegan. Mhm, okay. Weil nicht, dass sie dann ihre Eier nicht essen kann, ne? Eier kann sie essen. Okay. Vegan wäre ohne Eier. Vegetarisch ist nur ohne Fleisch. Und ohne Fisch, oder? Und Strawberry, Hallöchen. Also Laktoseintolerant ist sehr nervig. Das hatten wir ja jetzt bei unserem Rumi-Let's Play. Da war ich schon echt gestresst von. Okay, Dankeschön, Lina. Super. Okay, ich will es nur nicht falsch machen, deswegen frage ich lieber nach. Mh, andererseits. Ja, wir nehmen vegetarisch. Das ist ja ein negatives Merkmal so gesehen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. 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 Also. Und ich... Nee, ab ne... Nee, ab ne... Doch. Ich würde schon sagen, dass sie... Gärtnern mag. Ich würde sagen, dass sie... Gärtnern mag. Weil wenn wir... Und angeln. Sie mag Gärtnern und Angeln. Weil das sind die beiden Sachen, die sie ja machen muss. Das würde ich jetzt sagen, dass sie das gerne mag. Ich mag den Rest, der entwickelt sich automatisch, okay? Oder soll man was... Ach komm, wir lassen sie es selbst entscheiden. Wir lassen es sie selbst entscheiden. Aber es wäre schon scheiße, wenn sie es dann nicht mögen würde, ne? Naja, wir gucken mal. Okay, gut. So, wir brauchen jetzt einen Namen, meine Lieben. Also Alma steht schon im Raum. Alma finde ich mega. Also Alma nehme ich auf jeden Fall mit in die Abstimmung mit rein. Ähm, Andi, ich mach das mal. Ähm, Alma finde ich sehr süß, ne? Wie soll sie heißen? Wie soll sie heißen? Hayley, Clove, Mona, Madeline, Pamela, Michelle, Tara, Alma, Clementine, Jenna, Claire, Lou, Mona, Ashton, Mona, Lisa, Naomi, Halli, Halli, Will. Ähm, herzlich willkommen, Malöchen. Hazel, äh, Chrissy, herzlich willkommen nochmal. Und Ros, äh, Rosesstern, ähm, herzlich willkommen. Ähm... Oh, Wilma ist auch sehr süß. Wilma ist auch sehr süß. Wilma gefällt mir auch sehr gut. Das hatten wir vorhin auch schon ein paar Mal gelesen. Fiona, Lotta, Abby, Eddie, Melina, Julie, Paula, Cora, Mary, Flora, Lina, Virginia, Maddie, Ani oder Annie, April. Ah, Mona kam jetzt auch ein paar Mal. Mona finde ich auch süß, ne? Oh, es ist schwierig. Olive. Olive ist auch schön. Olivia. Hm. Sie könnte schon eine Olivia sein, ne? Mona kam jetzt so oft. Mona nehmen wir auch mit rein. Mona wurde jetzt ganz oft geschrieben. Autumn, das finde ich fast ein bisschen zu kompliziert. Claire, auch schön. Evelyn, Charlotte oder Charlotte. Linda, Lilian, Lia, Claire. Ah, je, mini. Einen würde ich noch mit aufnehmen. Da haben wir vier Namen zur Auswahl. Mathilda. Oh, Tilda. Tilda finde ich auch immer schön. Tilda. Komm, dann nehmen wir noch Olivia mit rein. Wir bauen mit Custom Content, denn ich habe so viel davon. Wir bauen mit Custom Content, denn ich habe so viel davon. So, wir haben Alma, Wilma, Mona und Olivia. Das sind sehr schöne Namen. Die sind jeweils mehrfach genannt worden. Ich mache eine Abstimmung. Ihr könnt zwischen den vier Namen entscheiden. In der Zeit renne ich für kleine Mädels. Das Angeln und das Vegetarier-Dasein widerspricht sich arg. Ja, das stimmt. Das können wir eigentlich gar nicht machen, ne? Weil sie muss halt Level 10 der Angelfähigkeit erreichen. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das können wir gar nicht machen. Das können wir gar nicht machen. Wir brauchen ein anderes noch. Wir brauchen ein anderes. Sie kann Fische auch ins Aquarium packen, aber das widerspricht sich ja trotzdem dann, ne? Und Ayn Howard, herzlich willkommen. Tollpatschig wäre irgendwie süß, oder? Diese Sim versagen häufiger bei körperlichen Aktivitäten und lachen oft über ihre Misserfolge, anstatt sich darüber zu ärgern. Das wäre eigentlich schon sehr süß. Und Night Cat, dankeschön für deinen Follower. Herzlich willkommen. Also das wäre schon süß, tollpatschig, oder? Anni, Hallöchen. Das wäre schon sehr süß. Tollpatschig und lieb die Natur und Gärtner. Das finde ich sehr süß. Okay, das lassen wir. Die Umfrage beginnt jetzt. Ihr könnt jetzt oben abstimmen, wenn ihr nichts seht. Einfach kurz die Seite neu laden. Dann könnt ihr euch für einen Namen entscheiden. Ich springe für kleine Mädels. Die Namen sind Alma, Wilma, Mona oder Olivia. Ihr könnt entscheiden, ich fliege auf die Toilette. Oh, da macht es... Oh je. Spannend, spannend. Und ich lasse ein bisschen Luft rein kurz. Und ich lasse ein bisschen Luft rein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon schön. Weil sie schenken uns ja das Grundstück. Und ich fände es schon irgendwie sinnvoll, wenn wir nicht zu weit weg wären von den Eltern. Wieso zieht sie denn eigentlich aus? Weil sie unser Hauptzimmer ist. Und ich das eigentlich ganz schön finde, dass wir da mit ihr starten. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Genau, dann würde das nämlich auch passen. Ist es realistisch, dass das Grundstück mal zur Farm der Eltern gehört hat? Ja, finde ich nämlich auch. Bisschen klein. Lara, das ist riesig. Das sind 50 mal 40. Das ist schon fast das Größte. Nehmenbar. Ist gedealt. Nehmenbar. 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 Bam! Bam! Ich kann bestätigen, das Grundstück ist mega groß. Ja, oder Jenny? Ich glaube, das wirkt nur klein. Nein, das ist wirklich groß. Aber wir machen Ding fest. Wir machen Ding fest. Wir machen Ding fest, Leute. Wir machen Ding fest. Kommen Sie, Girl. Kommen Sie, kommen Sie. Ähm. Neuen Haushalt erstellen. Rüber da. Kein Geld. Denn Deine Familie ist schon immer in der Landwirtschaft tätig gewesen. Sie verbrachten ihre Tage mit harter Arbeit und erwarteten dies auch von ihren Kindern oder von ihrem Kind. Als du 18 Jahre alt warst, wurdest du überrascht... Ne, als du 18 Jahre alt wurdest, überraschten dich deine Eltern mit einem eigenen Stück Land, um dort die Familientradition fortzuführen. Da du schon immer jemand warst, der die anderen beeindrucken wollte, beginnst du sofort einen kleinen Garten anzulegen und widmest ihm all deine Zeit, statt einem grässlichen 0er15-Job nachzugehen. Und genau das wird unsere liebe Olivia jetzt tun. Genau das wird unsere liebe Olivia jetzt tun. Wenn ich die Familie aber als ungespielt kennzeichne, machen die wilde Dinge. Ich lasse die lieber als gespielt gekennzeichnet. Sonst machen die da wilde Dinge, wie Kinder kriegen und sowas. Machen wir nett. Machen wir nett. Da werden keine Kinder gemacht. Das haben wir selbst im Griff. Genau. Ähm. Speichern nicht vergessen. Ja, wir könnten auch mal speichern. Nachdem wir jetzt schon alles definiert haben, ne? Guter Punkt, ey. Guter Punkt. So. Oh, hallo, Girl. OMG. Oh, es regnet direkt. Hallo. Da, wie läuft's? Wie ist es? Erzähl. Wie ist es? Nee, Handy weg. OMG, sie ist unser Girl. Der Briefkasten muss da hinten weg. Sie ist unser Girl. La 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 la. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Looken Sie, please, into the camera, damit wir ein schönes Zoomt Nile from you haben, girl. You can, you can do everything. But don't drehen Sie sich um. Entschuldigen Sie mal. Das ist eigentlich ganz süß. Melly, du kannst es für dich definieren, weil es steht ja nicht drin, dass sie mit Null anfangen soll. Also können deine Eltern ihr ja ein bisschen Geld mitgegeben haben. Und Fusselisa, Hallöchen. Nee, wir haben ja nicht direkt um elf angefangen, Paulini. Vor allen Dingen nicht um zehn. So, okay. Also, wir müssen das Grundstücksmerkmal auf rustikales Leben abändern. Finde ich sehr gut. Das mag ich immer sehr gerne. Finde ich immer sehr spannend. Rustikales, oh, ist das schon oder was? Nee, abseits des Netzes. Oh mein Gott. Wilde Füchse nehmen wir raus. Das steht nicht mit drin. Auf diesem Grundstück können Gerichte nur dann zubereitet werden, wenn die jeweiligen Zutaten vorhanden sind. Mit frischen Zutaten gekochtes Essen schmeckt doch gleich viel besser. So, dann lassen wir abseits des Netzes weg und machen rustikales Leben. Sollen wir... Wäre das gecheatet, wenn wir hier was dazunehmen? So ist die guter Boden. Und Samsung Girl, Hallöchen, fände ich dir das gecheatet, wenn wir da was machen? Also, wollen wir machen? Okay. Bild so for all day, every day. Können ja ein schlechtes Merkmal nehmen und guter Boden. Vielleicht als schlechtes Merkmal... Gibt da nicht so viele schlechte, ne? Ah. Ungeziefer. Was ist denn sowas? Oder ist es das hier? Grundstücks Herausforderung? Aber eigentlich passt es doch dann. Weil dann haben wir was Positives und was Negatives. Also eigentlich wiegen wir es ja schon auf. Also eigentlich wiegen wir es ja schon auf. Eigentlich passt es. Come on, das passt. Ja, come on. Fruchtbarer Boden machen wir nicht, weil wir wollen ja jetzt nicht direkt vier Kinder haben. Also ist ja jetzt nicht unsere Intention, 200 Kinder zu kriegen. Nicht sofort. Hm. Okay. Oh mein Gott. Okay. Wow. Äh. Oh. Okay. Es geht los. Ich bin aufgeregt. Was macht man jetzt? Ah. Anderer Briefkasten. Der ist nicht schön. Der passt hier gar nicht. Oh, ich lasse sie auch stricken lernen und so ein Zeug. Oh, schön. Wir brauchen so einen. So einen. Ja. Gut. Erstmal die Schule kündigen. Good point. Erstmal die Schule kündigen. Olivia hat gar keinen Job. Das heißt, sie muss gar nicht zur Schule. Kann das sein? Ah, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Passt so sicher. Und Lea, Leichen. So. Lasst uns mal gucken, wo man hier angeln kann. Oh, da sind Vögelchens. Good day. Kommen Sie, Girl. Da sind Vögelchens. Das ist Olivia. Oh, jetzt ist die Schule gekommen. Verdammt. Und Olivias Merkmale sind tollpatschig und liebt die Natur. Und sie ist eine Sammlerin. Ach, wegen dem Naturbestreben. Okay. Ja, jetzt müssen wir doch die Schule kündigen. Nun. Müssen wir das jetzt... Oh, das hasse ich immer. Müssen wir das jetzt über den MC Command... Abbruch der Hochschule. Ah ja. Sie hat die Karriere der Schule verlassen. Easy Street. Mach dir nichts so aus. Andra, ich spiele es so technisch. Mach das, Sims Girl. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Danke dir. Okay, perfekt. Dann haben wir es. Und Josephine, Hallöchen. Schön, dass du reitschaust. So, wir freuen uns schon mal mit den Vögeln an. Das finde ich doch schön. Sie möchten gerne einen Wurm. Wir haben keinen Wurm. Wie kann man da drinnen angeln? Entschuldigen Sie. Wie kann man angeln? Angeln. Angeln. Ich möchte angeln. Von der Brücke aus schon mal nicht. Okay. Oh, da ist ein See. Oh, das ist ja perfekt. Der ist ja gleich um die Ecke. Mom, hallo. Good day. Ja, Girl. Dann geh mal angeln, bitte. Oh, sie will sogar angeln. Fisch fangen. Und Mom ist auch hier? Oh, Mom angelt auch. Das ist ja schön. Cool. Und Amelie, Hallöchen. Hi, Mom. Oh, das ist ja cool. Ich kann gleich ein bisschen Zeit mit der Mama verbringen. Das finde ich schön. Oh, Mom. Das ist so schön auf meinem neuen Grundstück. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir dieses Grundstück geschenkt habt. Und naja, jetzt wo ich erwachsen bin, es wird so eine aufregende Zeit auch für mich werden. Und ach, es ist einfach nur schön. Aber liebes, wenn irgendwas ist, dann kommst du nach Hause, nicht wahr? Ich muss jetzt auch heim und deinem Dad Essen machen. Ja, okay. Tschüss, Mom. Nee, müsst ihr nicht, Flauschelina. Das habe ich zusätzlich jetzt gemacht, weil ich liebe es zu struggeln. Ich liebe es, bei Null zu beginnen. Deswegen haben wir kein Geld. Aber es muss nicht so sein. Also, ihr könnt eurer Tochter auch gerne Geld mitgeben. Wie ihr wollt. Oder eurem Sohn. Je nachdem, was ihr halt habt, ne? Macht es, Hadri. Viel Spaß. Ah ja, Nora. Gut, wir streamen ja schon seit um elf. Und die Challenge läuft schon. Also, wir spielen schon seit zwei Stunden 40 in dieser Challenge. Das Erstellen hat natürlich im Moment gedauert. Also, streamen geht so bis halb vier, vier vermutlich. Neben der Bank kannst du was ernten? Ja, wir gucken gleich. Wir angeln jetzt noch einen Moment, damit sie auch eine Fähigkeit bekommt. Und dann gucken wir mal, was hier so zum Sammeln rumsteht. Jumichan, wir haben eine neue Challenge angefangen. Einfach Ausrufezeichen Challenge und dann bekommst du die Regeln. Das ist die Unterschiede im Stammbaum-Challenge. So, wir haben jetzt einen Fisch gefangen. Die Ellritze kann ohne Köter gefangen werden. Finde ich großartig. Samsung Girl, ja. Das weiß ich. Aber wir müssen das ja nicht spoilern. Wir können ja auch einfach mal gucken, was wir so finden beim Angeln. Es gibt so ein paar Sachen, die weiß ich noch nicht. Und die weiß ja der Chat auch noch nicht. Und wir wollen ja auch nicht alles vorgreifen. Also, gut, dass du das weißt. Aber, weißt du, müssen wir ja nicht sagen. Oh, das Begrüßungskomitee. Ja, good day. Keiner da. Wir wollen unsere Nachbarn ja schon kennenlernen. So, wer seid ihr denn? Weil mit Selina könnte ich mir schon forschen, dass wir uns mit ihr gut verstehen könnten. Denn sie ist ja wie wir als einzige Person jetzt hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie uns gut verstehen. So, kommen sie, kommen sie. Ja, du kannst schon einen Pool machen, schwarz auf weiß gedruckt. Also, ich würde halt dann gucken, dass der Pool innen drin schwarz ist. Ne? Also, dass du halt schwarze Fliesen überall hast. Ähm, und eine schwarze Leiter. Und der Rest auch schwarz oder weiß. Also, oder weiß halt, ne? Ähm, aber ich denke, das ist schon okay. Da wird jetzt keiner was sagen. Es soll halt ganz klar zu erkennen sein, dass es schwarz oder weiß ist alles. Hallo, ich bin neu hier. Und, also, ich meine, ihr kennt mich sicherlich schon von nebenan. Aber ich war immer sehr viel daheim und mit mir selbst beschäftigt wegen der Hofarbeit und so. Aber, naja, ich bin jetzt hier auf dem neuen Grundstück und ich freue mich jetzt, dass wir uns mal kennenlernen ein bisschen. So, mit ihr unterhalten wir uns ein bisschen, weil vielleicht wird das ja eine gute Freundin von uns. Wäre doch schön. Dann sagen wir ihm auch, ja, danke fürs Kommen. Und Rami auch. Er hat Kuchen hingelegt. Danke. Oh, wieso hat Olivia jetzt so viel erfahren über Cecilia? Mag Blues nicht, mag Kinderkarneval nicht und mag Alternativ. Boah, cool. Richtig viel erfahren. Und Tiba, Hallöchen. Sie hat ein Gefühl mit Rami erhalten. Erster Eindruck unreif. Rami gegenüber Olivia. Ja, sie ist auch ein Teenager, Mann. Sie ist ein Teenager, Rami. Hallo. Was erwartet sie denn? Frech. Naja. Naja. Naja, lernen wir mal ein bisschen kennen. Kinderkarneval, man kennt es. Ja, definitiv. Mögen wir sehr gerne sowas wie Kinderkarneval. Nee, wir sind gerade erst hingezogen, Tiba. Gut, haben wir denn jetzt irgendwas an Fischen gefangen? Wir haben zwei Fische gefangen. Eine Ellritze und ein Goldfisch. Wir müssen beide verkaufen. Andi, wir verkaufen nur auf dem Hof, haben wir gesagt. Am Marktstand. Oh, das wird natürlich auch eine Herausforderung. Wir müssen dann am besten mal ein bisschen sammeln gehen und die Sachen dann verkaufen. Oh, hier gibt es Frösche. Geil. Das ist großartig. Ja, das mit den ersten Eindrücken ist ein Mod, die heißt First Impression. Ist auf der Mod-Liste mit verlinkt. Ziel ja. Ja, cool, ey. Cool, cool, cool. Also so viel mehr gibt es jetzt ja auch noch zu sammeln, ne? Kann das sein? Ja. Gibt es noch was? Ich würde Pflanzen einsammeln. Ja, Honey, wir haben aber noch kein Geld, um uns Pflanzensamen zu kaufen. Wir haben ein Simoleon. Da können wir noch nicht viel pflanzen, du. Da ist noch nicht viel drin. Da ist gar nichts drin eigentlich. Um ganz genau zu sein. Da müssen wir, glaube ich, auch erst warten, bis die wachsen. So, Girl, was holst du denn da raus? Eine Kiste. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist ja auch ihr Bestreben, dass wir pflanzen. Also sie möchte sogar gerade pflanzen. Sie möchte Unkraut jäten. Ja, können wir eigentlich noch nicht machen, ne? Ein Pool kaufen. Ja, genau. Hol dir mal da lieber einen Frosch raus. Oh, Haspa. Okay, ein 30 Simoleon-Frosch ist jetzt nicht die Welt, aber besser als nix. Gibt es hier irgendwo irgendwas? Nee. Da musst du leider weiter angeln. Musst du leider weiter angeln, Miss. Tun sie dies. Wo ist denn die Angelstelle? Hier. So. Da sehe ich die Fische schon. Und, äh, Trial of Knowledge hat sich für Kormalüchen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, ein paar Fische rauszuholen. Äh, was war, was? Ach so, das war die Zeitkapsel von vorhin. Mhm. Oh, Penny und Olivia sind gute Freunde. Ja, das ist ja auch die Mama, ne? Was hast du gefunden? Ein Tuning-Teil. So, so. So, so. Oh, der ist ja riesig. Der ist ja riesig. Wow, Girl. Wow. Oh, der guckt aber gruselig, ne? Ei, 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 ei. Was haben wir denn da? Was ist das? Ein Barsch. Sie hat einen Barsch gefunden. Ja, klasse. Ach so, ich wollte euch die Sammelobjekte noch zeigen. Die Haushaltssammlungen findet ihr immer über dieses Diamantsymbol im Inventar. Und dort gibt's Gartenarbeit. Und alles, was kein Symbol hat, ist Space Game. Und die müsst ihr alle haben, um die Challenge erfolgreich oder die Generation erfolgreich zu haben. Mit der Erweiterung auch die von Hanford und Bagley. Genau. Was meinst du, Anouk? Genau, morgen um elf geht's da weiter dann. Sie heißt Olivia McBey. Ja. Ich glaube, dass Olivia eine schwierige Nacht haben wird. Weil wir weder ein Bett haben, noch was zu essen. Aber sie wird es meistern. Ich fühle das. Vielleicht können wir eh einen Pibi-Busch kaufen. Aber der ist richtig teuer, ne? Ey, guck mal. Also alles, was... Oh nein. Oh, das ist halt mies, ne? Das ist halt richtig mies jetzt. Olivia kann den glitschigen, schuppigen Dingern einfach nichts abgewinnen. Soll sie der Tatsache ins Auge sehen, dass sie Angeln nicht mag? Also, ich sag's mal so. Also, ich sag's mal so. Es ist ja eine Challenge, ne? Und sie kann ja trotzdem Level 10 der Angelfähigkeit erreichen, auch wenn sie Angeln gar nicht gerne mag. Ähm... Ja, Chrissi, also... Ich würd's schon sagen... Also, es ist schon realistisch, ne? Naja, Anouk, wir spielen ja keine Rex to Riches Challenge. Wir haben ja nur gesagt, dass sie halt ohne Geld dahin soll. Also, das passt schon. So genau müssen wir das nicht nehmen. Also, wir spielen ja, wie gesagt, nicht an den Regeln der Rex to Riches, sondern wir spielen ja anhand von unseren Regeln. Dann hat sie immer schlechte Laune. Oder sie ist neutral gegenüber Angeln. Sehr schön, Anna. Hm. Und Memmi, Hallöchen. Doch, doch. Also, nur weil sie es nicht mag, heißt das nicht, dass sie trotzdem nicht die Fähigkeit nicht trotzdem auf Level 10 kriegen kann. Aber es dauert halt länger. Okay. Dann machen wir es nicht. Dann sage ich, nein, sie soll nicht sagen, dass sie es nicht mag. So. Dann ist sie ja jetzt neutraler gegenüber. Verstehe. Dann machen wir es lieber so. Okay. Passt. Kann sie jetzt den Fisch grillen? Nee, kann sie nämlich nicht. Oder? War da was? Nein. Schade. Also, was macht man jetzt? Unser Girl hat Hunger. Sie ist tollpatschig. Sie ist ausgerutscht. Hm. Nun. Wir gehen... Oh, wir haben nur noch 10 Minuten, bis der Markt schließt. Das macht auch keinen Sinn. Da können wir auch nicht mehr hin. Ich meine, wir machen die Rags to Riches ja, wie gesagt, weil wir Bock haben. Wir können ja schon mal bei der Mama vorbei und gucken, ob es was zu essen gibt bei der Mama. Ne? Können wir hier schon mal gucken. Können wir hier schon mal gucken. Ja, wir haben schon geschaut. Es gibt leider nichts zu ernten bisher. Es ist alles noch nicht gewachsen. Wir können aber schon bei der Mama vorbeischauen. So ist ja nicht, ne? Können wir schon machen. Es ist keiner zu Hause. Schade. Können wir ja trotzdem hingehen. Wir gehen mal zur Mama nach Hause. Ist doch die Mama, Leute. Ist doch die Mama. Die gibt uns doch was zu essen. Der Obstkuchen. War der da noch gestanden? Ja, man könnte es weiterentwickeln, aber das kann ich ja leider auch nicht. Ähm. Muss ich ja warten. Also. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Obstkuchen stand, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat ihn wieder mitgenommen. Die Sau. In der Kiste ist meistens eine Wackelfigur. Er hat ihn immer wieder aufgenommen, wenn er ihn abgestellt hat. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Genau. Ich denke auch, dass ihre Eltern ja... Oh, guck mal. Der Papa macht schon Essen. Ich denke schon, dass ihre Eltern sie da auch noch ein bisschen unterstützen werden. Ich weiß es nicht, Mini. Habe ich nicht gesehen. Hi, Mom. Ähm. Ich würde mal auf die Pipi-Box gehen, ja? Wir haben halt dich stets willkommen. Ich hoffe, wir dürfen trotzdem auf Toilette gehen. Aber ich glaube, Toilette ist jetzt nicht so das Problem. So. Wir sind erleichtert. Ein Glück. Und dann gucken wir mal, was Dad da gerade kocht. Oh, lecker. Burger gemacht. Essen war. Oh, Dad, das hast du aber sehr lecker gekocht. Vielen, vielen Dank fürs Essen machen. Wie ist das denn im neuen Grundstück? Gefällt es dir? Ja, es ist schon sehr schön. Aber ich muss mich erst mal einleben. Weißt du? Ich habe ja noch gar nichts auf meinem Grundstück. Da ist ja eigentlich noch nichts. Ich muss ja auch erst mal, ne, mir ein kleines Häuschen bauen und Gärtnern anfangen. Ich bin mir sicher, du wirst es alleine gut schaffen, Schatz. Ich meine, du bist ja bei uns aufgewachsen. Wir haben ja immer geguckt, dass du die Feldarbeit und alles verstehst. Ja, genau. Deswegen, ich denke, das passt schon, Dad. Wir haben es wieder rausgenommen, weil sie ja angeln muss und das ja sich widersprochen hätte, wenn sie Fische angelt, um zu überleben, um dann, sie vegetarisch, deswegen haben wir vegetarisch geändert, zu tollpatschig. Und Marlies, danke schön für deine 200 Bits, mach das. Ganz viel Spaß beim Wohnung putzen und schön, dass du dabei bist. Freut mich. Genau, sie ist nicht mehr vegetarisch, ihr Lieben. Wir haben das wieder geändert. Oh, lass es dir schmecken, Katie. Ne, alles gut, alles gut. Das war, ähm, hat einfach anders nicht geklappt. Können wir ein bisschen TV schauen? Haben unsere Eltern ein TV? Oh, haben sie halt wirklich. Aha. Vielleicht können wir einen Gartenkanal schauen. Oh, süß, die flirten da unten. Hm. Kochkanal. Wir schauen einen Kochkanal. Die Lunchpakete vergammeln halt sehr, sehr schnell. Ne, alles gut. Macht nix. Macht nix, deswegen sage ich es ja nochmal. So, wir gucken ein bisschen TV. Da sitzt sie. Und kocht ein bisschen, übt das Kochen. Finde ich gut. Ja, Girl, macht's dir Spaß? Legst du bitte dein Handy weg? Jetzt unterhältst du sich ein bisschen mit ihrem Vater. Das finde ich schön. Picknickbindung, süß. Hä, Meli, ja? Voll, das ist voll easy sogar. Also jetzt unterhält sie sich natürlich. Aber normalerweise bauen die dadurch ihre Kochfähigkeit auf. Das ist echt ganz praktisch. Sagt sie. So ein stressiges Leben, dieses Girl. Ja, quatsch ein bisschen mit deinen Eltern. Und dann gucken wir mal, ob du in deinem alten Zimmer schlafen gehen kannst. Wäre doch schön. Warte mal, ich weise mal dieses Bett deinen Eltern zu, weil das das größere Schlafzimmer ist, natürlich. Oh, kann sie nicht. Na gut. Dann gehen wir mal ins Bett. Wir können hier morgen früh relativ früh aufstehen und dann noch, ähm... Oh, das knistert immer so. Und dann noch wieder in unsere Hofarbeit gehen und Sachen ernten und solche Dinge. Julien, Hallöchen. Ey, die macht auch echt Spaß. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit der neuen Challenge. So, und dann gucken wir mal, was wir für ihr Bestreben machen. Dreimal etwas pflanzen, pflanzen zehnmal jäten oder gießen. Jo. Aufstehen, Girl. Also bei den Eltern duschen wird wahrscheinlich Ärger geben. Ich frage mich, ob wir es trotzdem probieren wollen. Beschwert sich jemand? Nö. Cool. Dann geht er auch direkt nochmal auf Toilette. Wir machen hier volles Programm. Dann nehmen wir noch einen Snack mit. Und dann? Schnelle Mahlzeit essen, Erdnuss-Butter-Gelee-Sandwich. Oh, wie cool, haben wir uns schön versorgt. Du willst baden gehen? Ja, Girl. Also so viel Luxus kriegst du jetzt aber nicht, ne? Olivia, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen uns doch um unsere Hoffarm kümmern. Kommen sie, kommen sie, Olivia. Kommen sie. Kommen sie, kommen sie. Gut, und los. Etwas pflanzen. Ja, do it. Ja, voll, Alice. Aber du weißt doch, wie Sims ist, ne? Du weißt doch, wie Sims ist. Sims reagiert selten, so wie wir es uns wünschen. Mach das, Ariyashi, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. So, hol dir noch einen Snack und dann gehen wir wieder nach Hause. Wieso bist du traurig? Geteiltes Leid. Wer leidet denn? Haben wir jetzt aber keine Zeit für, ne? Was ist denn unsere Mom? Mama? Mama? Steh jetzt weg. Wo ist sie denn jetzt? Na gut, wir gehen nach Hause. Und Miss Sanjen, hallöchen. Ist das das Elternhaus? Genau. Und wir gehen jetzt wieder zurück auf unser Grundstück. Wir wohnen praktisch direkt in der Nachbarschaft. Nee, da war ich noch nicht. Nee, wir waren... Nein. Weg. Und dann holen wir ihr, wenn wir genug Geld haben, auch ein Fahrrad, damit sie überall mit ihrem Fahrrad hinradeln kann. Macht es, Vivi. Viel Erfolg dabei. Sims, die kleine Diva eben. Ja, ganz genau. Alice, ganz genau. So, die Lee. Wir sind wieder back. Also hier sehe ich keinen Kuchen. Oh, wir können hier graben. Ja. Und dann, wenn wir was geerntet haben, können wir auch zum Hof gehen. Und etwas verkaufen. Also zum Markt meine ich natürlich. So, gibt es hier noch irgendwo was? Blaubeere. Ey, was ist denn das hier? Ey, das ist ja mega schön. Hey, da liegt ja was. Ach so, es gehört uns nicht. Schade. Etwas über die Einheimischen erfahren? Ja, do it. Da ist ja eine Toilette. Großartig. Nee. Keine Zeit. Gemeinschaftsgarten. Sweet. Was hast du denn da jetzt rausgeholt aus dem Boden? Kopfhörer. What? Die sind voll viel wert. Die können wir verkaufen. Also natürlich, sie will selbst Musik hören ein bisschen, ne? Vielleicht gefällt ihr ja auch. Aha. Süß. Was steht da? Willkommen in Hanford-on-Bagley. Und Gin Tonic Hallechen. Und Mia, willkommen zurück. Wir haben einmal, lerne die Einwohner von Hanford-on-Bagley kennen. Die Finchweg am Laufen halten. Werde ein Teil unserer Gemeinschaft, indem du die Dorfbewohner ansprichst und Botengänge erledigst. Ja, die kennen wir ja alle. Super. Super. Toll. Gut. Schön. Ja, wir haben leider nichts, was wir tun könnten, ne? Können wir mal mit dem Hasen reden? Ob der Fuchs einen Fisch will? Qualität faul. Hm, ne. Will er bestimmt nicht. Aber der Hase. Wir reden mal mit dem Hasen. Der ist doch süß. Hier reicht es dann auch mit der Musik. Kleiner Hase. Hallo. Süß bist du. Oh, süß. Look at this. Oh, das ist ja amazing. Oh, das ist vielleicht auch ein schönes Zumthal, ha? Mit dem Häschen. Oh. Oh. Der Hase mag uns. Aber ich glaube, du willst dir das Geschenk nicht, was wir haben. Das ist nur Kacke. So, dann gehen wir jetzt mal zum Markt. Wir werden mal unsere drei Sachen verkaufen. Ne, warte mal. Du gehst zum Markt, Girl. Laufen Sie zum Markt runter. Dann können wir vielleicht die ein oder anderen Blumensamen schon kaufen, die es da gibt. Das wäre doch cool. Ein Fuchs als Haustier würde gut zu ihr passen. Ja, vielleicht ein bisschen später. Vielleicht können wir einen von den Füchsen dann adoptieren oder so. Das wäre doch auch süß. So, wir sind auf dem Markt. Wir handeln erst mal. Stell dich erst mal freundlich vor, bevor du handelst. Vielleicht, Girl. Hallo, Kim. Vielleicht kennst du mich noch. Ich war als kleines Mädchen ab und zu mal hier und habe ein paar Sachen verkauft. Und für meine Mom, weißt du? Wir sind die McBays. Ah, ja. Okay. Verstehe. Ja, deiner Mom zuliebe kann ich dir gerne auch einen Rabatt geben. Das lieb, ne? Vielleicht können wir unsere Fische verkaufen. Ja, Kim. Ich bin doch schon da. Gebe... Oh, okay. Ja, aber gut. Guck mal. Wir haben wenigstens 42 Simoleons. Den Rest verkaufen wir dann so. Die Kopfhörer verkaufen. Ich meine 400 Simoleons. Das müssen wir einfach machen. Und die Tuning-Teile verkaufen wir auch. Die brauchen wir jetzt aktuell auch noch nicht. So. Dann gucken wir mal, ob wir bei ihr Samen kaufen. Oder bei der anderen drüben, ne? Da wir jetzt hier einen Rabatt haben, gucken wir erst mal, ob wir... Ja. Och, die Mom ist schon wieder da. Okay. Was können wir denn kaufen? Vielleicht schon mal Möhren. Ich weiß gar nicht, was Saison-bedingt ist. Lass uns mal zwei Möhren kaufen. Zwei Kartoffeln. Weil damit können wir schon mal was kochen. Die Tomaten bringen halt ganz gut Geld. Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Und vielleicht noch zwei Blaubeeren. Weil mit Blaubeeren können wir halt was einmachen. Das wäre doch nicht schlecht. Okay. Jetzt wäre natürlich ein Flohmarkt cool, ne? Wo wir dann irgendwie sowas kaufen könnten, wie zum Beispiel... Wenn wir sowas kaufen könnten, wie Blumentöpfe oder sowas. Tomaten sind Sommer. Nun. Na gut. Geh mal nach Hause, Girl. Dann gucken wir direkt mal, was wir pflanzen können. Ich bin so gespannt. Das ist so cool, ey. Ich liebe Neuanfänge. Habt ihr das schon mal gesagt? Okay. Hallo, kleiner Fuchs. Was machst du denn jetzt hier? Rusty. Oh, Rusty ist weggerannt. Na gut. Was ich noch schauen wollte, ob da nochmal... Ey, guck mal. Da können wir mal graben. Ob da nochmal irgendwo ein Frosch gespawnt kam. Weil... Ne, ist kein Frosch da, ne? Schade. Sonst hätte man nämlich direkt nochmal gucken können, ob wir den paaren können. Echt jetzt? Aber Daniele, da musst du dich einloggen am Fernseher nur. Du musst deinen Account anmelden. Na, du kannst ja am Fernseher auch ohne Account gucken. Aber wenn du deinen Account verbindest, musst du dir das mitzählen. Ja, das stimmt, Dinolein. Voll, ne? Da haben wir auch bei Null angefangen. Das war auch voll schön. Was hast du da? Eine Schatzkarte. Oh, cool. Wenn wir das nächste Mal graben, ist die Chance auf den Schatz da. So, lass uns mal gucken. Ich weiß, wir können auch ohne... Vielleicht pflanzen wir erstmal ohne Beet, hm? Am Baum vielleicht. Was haben wir denn da? Sommer. Sommer. Herbst und Frühling. Winter. Ja, okay. Okay. Gut. Dass wir eigentlich nur Tomaten... Nur unsere Möhren jetzt pflanzen können. Gut. Wow. Nun. Ah. Komisch, Nele. Das weiß ich leider dann aber auch nicht, ey. Oh, ey. Entschuldigung. Wieso habe ich eine Last Exception gekriegt? Von was denn? Macht gar keinen Sinn. Trypna! Trypna! Aber eigentlich hätte ich schon gerne Setzkästen, ne? Wo ist denn unser Grundstück überhaupt? Wo ist denn unsere Grundstücksgrenze? Ich weiß gar nicht, wo unsere Grundstücksgrenze ist. Also, Entschuldigung. Gut, das ist Sommer. Sommer, Sommer, Sommer. Das ist... Warte mal, was haben wir jetzt hier gehabt? Frühling, ne? Herbst und Frühling. Winter. Und das ist auch Sommer. Ein bisschen länger, Tiba. Genau, wir haben noch nichts, wo sie schlafen kann. Wir müssen erst noch was machen für sie zum Schlafen. Ich gucke jetzt mal, ob wir uns ein kleines Zelt schon leisten könnten. Maybe. Ein Zelt wäre nämlich echt gut. Hm. Notfalls muss ich noch mal eine Nacht bei ihren Eltern verbringen. Das Zelt kostet 420 Simoleons. Okay, dann gehen wir noch mal angeln. Dann gehen wir vielleicht noch mal angeln. Was ist das? Hört ihr das? Was ist das? Hier ist es nicht mehr. Oh, wer süß bist denn du? Oh, süß. Da hat irgendwer doch Musik an, oder? Back von den Kopfhörern. Tessa, auf Folge 8, Hallöchen. Ähm. Wie hatten ihr diese Kopfhörer kurz gegeben gehabt? Gibt es jetzt an ihr? Ich habe die Kopfhörer schon gar nicht mehr. Wir haben die verkauft. Hm. Geh mal angeln. Okay. Boah, das ist ja schon nervig, ne? Kann sie was grillen? Ich kann mal gucken. Nee. Nee. Neustart hilft? Ganz neu starten? Oder reicht es, wenn wir... Oder reicht es, wenn wir... Ähm... Dad ruft an. Naja. Ich komme morgen. Lissi, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Macht es Horst sie ganz viel Spaß auf dem Geburtstag. Oh, wir sind rich. Können wir den... Aber den Fisch müssen wir am Marktstand eigentlich verkaufen. Sonst wäre das ja wieder ein bisschen schwierig, ne? Aber sie hat halt schon ein bisschen Hunger. Wir müssen zu den Eltern. Wir können nicht auf der Parkbank schlafen. Das funktioniert ja nicht. Dürfen wir einfach nur nicht so nah rangehen. Dann geht's. Naja. So, wir gehen dann gleich zu meinen Eltern. Oder zu unseren Eltern. Äh, wieso ist hier denn jemand zu Besuch? Äh, wieso können wir hier nicht besuchen? Aha. Jetzt können wir plötzlich besuchen. Gibt es auch eine Mod, dass sie rohen Fisch essen kann? Ja, aber Katarotte. Einfach so jetzt reinbeißen, oder was? Oder Sushi-mäßig. Ach, schön, Lissi. Das freut mich. Einfach in den Fisch beißen. Nun, weißt jetzt nicht so genau, du. Ich glaube, das ist die letzte Nacht zu Hause. Und dann können wir uns was leisten, denke ich. Letzte Nacht noch zu Hause. Und dann haben wir ein kleines Zelt und können schon mal so ein bisschen starten. Grillkäse vielleicht. Ach nee, warte mal. Du sollst nicht kochen bei den Eltern, dann schimpfen die dich. Ist ein Snack. Ähm. Apfelmus. Oh, schön, Lina. Das geht auch noch rum. Nee, das würde schon gehen, Samsung Girl. Aber sie hat ja jetzt gar kein Interesse an Gitarre spielen. Vor allen Dingen haben wir gar keine Zeit für Gitarre spielen, weil wir jetzt gleich den großen Garten machen. Den großen Garten. Zumindest ist das der Plan. So, und wenn du jetzt gegessen hast... Ich frage mich, wo unsere Eltern schon wieder sind. Die sind doch schon wieder ausgeflogen. Immer weg, die Eltern. Gehen wir schlafen. Können wir uns einfach in deren Haus bewegen? Emma, Emma singen. Hallöchen. Good day. Oh, Mann. Olivia ist tollpatschig. Tollpatschige Sims versagen häufiger bei körperlichen Aktivitäten, zucken darüber, doch nur die Schultern und lachen. Das finde ich großartig. Oh, es ist schon acht jetzt. Du hast aber lang geschlafen. Entschuldigung, Fräulein. Ab in die Dusche und dann geht's los für dich. Holst du dir noch einen kleinen Snack aus den Eltern ihren Kühlschrank? Hm. Joghurt und dann geht's los. Ja, verstehe ich, Dinolein. Ja, voll, Kadarotte. Das ist eben... Oh, süß bist du! Das ist eben dieses Open-World-Problem, ne? Sie hat ihr anderes Outfit angezogen. Schön. So, du Mausi. Du gehst jetzt nach Hause. Beziehungsweise... Beziehungsweise... Die Himmels sind schon immer noch nicht gewachsen. Oh, hier ist es ja immer noch. Da ist wieder ein Frosch! Ja! Und dann können wir hier... Wo ist denn jetzt die Schatzkarte? Achso. Wieso können wir nicht nach Schatz graben? Entschuldigung. Und Anastasia! Hallöchen! Sehr gut! Du Fleißige! Und Sandra, die hab ich, glaub ich, noch gar nicht Hallo gesagt, oder? Eine Viertel-World, ne? Ja. Bitte, gescheiter Frosch! Bitte, gescheiter Frosch! Äh. Wir züchten. Na gut. It's okay. It's okay. Man will sich ja nicht beschweren. It's okay. Und ein Fossil. Den werden wir extrahieren. Hä? Oh nice! Aus einem Fossil sind zwei geworden. Das ist ja cool. Gut, dann geh noch ein Momentchen angeln. Und wenn du fertig angeln bist, gehen wir... ...die Sachen verkaufen. Du kannst hier was ernten! Oh geil! Ja. Angelfähigkeit... Level 3 schon! Wowie! Einfach ein gutes Girl. Angelfähigkeit Level 3. Ich zoome jetzt nicht so dicht rein, weil sonst wieder das Geräusch anfängt. Das Knistern. Ein Tuning-Teil. Ein Tonklumpen. Der Tonklumpen bringt so viel Geld. What? Leute, wir haben es fast. Wir sind voll rich. Oh, jetzt wird sie ganz nass. Es tut mir leid. Meine Liebe, es tut mir wirklich leid. Muss man auch so verkaufen? Oh mein Gott! Was kann man denn da alles rausangeln? Großartig! Geh schnell da hin und ernte das. Da hat jemand was hingelegt! Ah, das kann sie nur pflanzen. Damn it. Ja komm, pflanzt es mal alles. Haben wir auch gesagt, machen wir jetzt nicht, ne? Ja. Sonst ist ja... Olivia! Olivia! Oh! Also... Äh... Ähm... Also... 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 Den Fleischwürfel löschen, weil das ein Bug ist. Okay. Das war ein ganz schön heftiges Stürmchen, du. Ja, was denn? Ja, ich weiß. Wir passen auf. Da wird nichts passieren. Es klärt sich doch schon wieder auf. Na, guck. Hat sich schon wieder aufgeklärt. Oh, dieses Geräusch, ey. So, geh mal auf die Toilette, Mäuschen. Und dann gehen wir mal nach Hause. Beziehungsweise... Man lohnt sich schon, die drei Fische zu verkaufen, ne? Was bist denn du jetzt für ein Frosch? Gepunkteter Erdfrosch. Dann züchten wir mal den gepunkteten Erdfrosch mit dem gepunkteten Erd... Okay. Schade. Ich dachte, es bringt mehr. Wir reisen kurz zum Markt. Beziehungsweise schlawinern da kurz hin. Und... Rewania. Dankeschön für den Foll und herzlich willkommen. Löhchen. Und dann können wir nämlich die Fische schon mal verkaufen. Und so ein bisschen Geld nochmal bekommen. Dann können wir ihr ein Zelt hinholen. Hinholen. Hinstellen. Und vielleicht einen Pipibusch. Hallöchen. Rewania. Hallöchen. Na, das ist doch schon mal eine gute Möglichkeit. Dann haben wir das nämlich erledigt. Guti. Oh, hallo Kim Oh, ich hatte so einen harten Tag hinter mir, weißt du Ich wurde von einer Blitz getroffen Oh, was? Ja, natürlich kriegst du einen Rabatt von mir Das ist so lieb, weil es ist so ein Stress, weißt du Und ich hab's wirklich gar nicht leicht Dankeschön, du bist so lieb, Kim Nur 69 Simoleons Dann verkaufen wir noch zwei unserer Frösche Schön Und Alina, Carina, herzlich willkommen Katharina, herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust Okay, dann haben wir das erledigt Dann können wir nochmal ganz kurz, wenn wir eh gerade hier sind Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir ernten könnten Könnte sie sich hier was Hier könnte sie sich, glaube ich, was grillen, weil hier sind wir abseits Das Netz ist nicht mehr, ne? Da könnte sie was essen Aber ist eigentlich auch planlos, ne? Du kannst ja in der Bar was bestellen Hol dir mal Das günstigste Eier und Toast, bitte Und ich guck mal in der Zeit, während du isst Ob es hier noch irgendwas zum Sammeln gibt Und wie sie sehen, sehen sie nichts Gut Gibt nichts Gibt nichts Es gibt nichts Entschuldigung Entschuldigung Oha Hat sie nicht gesehen, ne? Isst du dein Eiertoast auch bitte? Ach ja, sie isst Ja, ja, wir suchen noch nach einem Schatz Genau Die Telefonzelle, nee, ich glaube nicht, dass sie funktioniert Nee, die ist nur optisch Ja, ich habe gerade gespeichert, als wir den Blitzschlag abbekommen hatten Wenn sie aufgegessen hat und sich vielleicht noch ein bisschen mit den neuen Nachbarn unterhalten hat Äh, können wir weiter Aber das ist doch Rashida, oder? Nee, Rami ist das Oh, guck mal Setz dich doch mal hier hin zu ihr Cecilia Das ist doch Pancake Bob, was machst denn du hier? Ja, ist der Bob Kann ich ja mal bei Bob vorstellen Bob führt doch so eine unglückliche Beziehung Quatsch mal, einfach mal ein bisschen Sie ist gelangweilt Sie möchte von Natur schwärmen Okay Okay Nee, gut, wir gehen nach Hause Passt schon, passt schon, passt schon Reicht auch dann wieder Maja, ganz nett Maja, ganz nett Wir gehen dann wieder Und Mini Laus, dankeschön für dein Foto Herzlich willkommen Wir gehen dann wieder Reicht ja dann auch schon Maja, ein ganz netter und so weiter Gehen wir dann wieder mal Gehen sie, Mist Reicht Ja, aber wir geben jetzt erstmal was von dem Geld aus Oh, schwierig Gaming Stars Also ich mag ja Elisa Pancake sehr gerne Obwohl sie laut EA Beziehungsweise laut Sims Laut der Geschichte Gar nicht so eine tolle Charakter Person ist Also sie ist gar nicht so toll Aber ich mag sie irgendwie Weil sie bei uns in der Geschichte halt einen tollen Charakter entwickelt hat Aber ja Also sie mag ich ganz gern So, wir haben jetzt ein Zelt am Stisi Meine Lieben Ein Zelt Ja, ja So ist das Wo ist unser Garten überhaupt? Ach, da hinten So, weit weg gestellt Hm Pipi Busch Ich meine, da hinten ist eine Toilette Ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Pipi Busch braucht Ehrlich gesagt Ich weiß es nicht Ey, warte mal Die kostet nur 55 Simoleons Ja gut, eben wahr Wir lassen es mal so Sie ist gar nicht so müde, ne? Kannst du dich mal hier Kannst du mal hier hingehen und Kannst du nicht mal mit denen reden? Bewässern, doch, doch Das Grundstück ist schon recht groß Aber wir werden die Sachen dann so ein bisschen kompakter zusammen machen Damit wir nicht auf dem gesamten Grundstück spielen Ich glaube es war 40 mal 50 oder so Schon groß 50 mal 40, ja Oh, dann geh schnell in dein Zelt Kommen Sie, Girl Gehen Sie schnell ins Zelt Wir schlafen jetzt Bevor du noch einen Blitzschlag bekommst Rein da Oh, es ist immer laut, ey Oh mein Gott Ah Nee Nee Geh wieder rein Gehen Sie rein Nein, rein ins Zelt Oh je Der hat es nicht so einfach Ja, ja, ja Das können wir da noch machen Mit dem, mit dem Bienenkistchen Da hinten ist auf jeden Fall Da können wir dann nach einem Schatz graben Das ist gut Vier Uhr Nee, schlaf noch eine Runde Nicht um vier Uhr morgens aufstehen Es ist zu früh Ich liebe Gewitter, ja Und Milla Hallöchen So, wir graben jetzt mal hier nach dem Schatz Sind unsere Möhrchen schon soweit Ja, wir haben Möhrchen Wupp, wupp Großartig Look at this Oh, hat sie jetzt Schatz schon Okay Also eigentlich müssten wir Wie viel sind denn Möhrchen wert Wir haben zehn Möhrchen daraus bekommen Machen wir noch ein paar Möhrchen Einpflanzen, ha So, den Frosch können wir wieder züchten Und dann gehen wir gucken Da ist ein neuer Frosch Ja Die Zeitkapsel verkaufen wir direkt Aber eigentlich Guck mal, die ist nur 70 wert Dann öffnen wir Vielleicht ist was anderes drin Dann kriegen wir vielleicht mehr Geld Weil manchmal sind ja diese Wackelfiguren auch viel wert, ne Darf man nicht unterschätzen Wir haben einen neuen Frosch Oh, der Zimulius Oh mein Gott Nicer, nicer Wir haben einen neuen Frosch Ka-ching, ka-ching Tihi Ja, jetzt kommt das Geld Es fließt richtig Jaja Okay, wir haben ein Fossil Da sind schon wieder zwei rausgekommen Wir werden rich Oh mein Gott Und ein Gothboy Ai, 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 ai Look at this Oh mein Gott Wir können uns ein Haus bauen Wir sind rich Wir bauen uns ein Haus Wer braucht schon ein Zelt Wenn wir ein Haus haben können Ich frag ja nur Wer braucht ein Zelt Wenn wir ein Haus haben können Also, es regnet einfach Geld Wie sieht's da drüben aus? Da, wo es kriselt Ja, alles ernten einfach Look at this Gemeinschaftsgarten singen Jaja, ich verkaufe den teuren Frosch doch gar nicht Alles gut Keine Sorge Weiß stopp Scheid Ach cool Pirate Lady Hat sie vielleicht Hä? Wir geben ihr doch jetzt kein Umstyling Wir haben sie doch Zwei Stunden lang im Kass Vor drei Minuten erst fertiggestellt Ne, die kriegt jetzt kein Umstyling Sie ist doch gerade erst umgezogen worden Ne, ne Ne, ne Ist ja ein bisschen arg schnell Und Missi, Hallöchen Wir haben einfach ein Grafik-Tablet Also Ist schon wild, ne? Verkaufen wir Die brauchst du ja nicht Also, das ist schon auch wild Und sie hat ein Gänseblümchen gefunden Im Wasser So, Girl Dann geh mal das da hinten ernten Oh, sie muss ganz toll Pipi machen Kannst du nach Nein, geh weg da Geh Geh weg Die Sau hat uns das weggeerntet Nein Also nächstes Mal müssen wir schneller sein Also ich hab auch überlegt Ob sie vielleicht auf diesem Wir brauchen jetzt auch noch keinen neuen Boy suchen Leute Wir müssen doch erst mal reinkommen Jetzt ins Business Und ich werd ihr auch keine Staffelei kaufen Weil Zumindest jetzt noch nicht Weil Sie wird ja Alles an Pflanzen im Garten brauchen Um die Challenge zu schaffen Sie muss ja Oh geil Alles an Pflanzen haben Und Warte mal Wir züchten erstmal den Erdfrosch mit dem Erdfrosch Gibt keinen neuen Frosch Okay, schade Ähm Und Was wollte ich jetzt sagen? Sie hat eigentlich gar keine Zeit Sich um Eine Staffelei und um Kunst zu kümmern Während sie ja versuchen muss Alles zu pflanzen Also ich glaube nicht, dass wir da Zeit dafür haben Tatsächlich Das wollte ich sagen Heiraten Ja, weil wir dann auch irgendwann Hau ihn Ja, hätte ich echt machen sollen, ne? Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld Wir können hier eine Mini-Bude bauen Eine Mini-Mini-Mini-Bude So eine kleine Holzhütte Erstmal langsam Genau Erstmal auf unser Leben klarkommen Ja, sie hat schon ihren ersten Meilen-Step erreicht Wie cool Oh, schön Sie ist einfach eine Businesswoman Was soll ich sagen? Die Challenge ist ja nicht um jeden Preis Geld machen Sondern Land leben Ganz genau Das hast du ganz schön gesagt, Sandra Oh mein Gott Oh, 1200 Simonians Direkt arm Direkt einfach arm Vielleicht bauen wir noch drei Karotten an Maybe Maybe ist das eine gute Idee Eine kleine Veranda Nur eine ganz kleine Mini-Veranda, ne? Damit es nicht so verloren aussieht Das Haus Maybe Gaming-Stars-Table Du brauchst deine Nachricht nicht doppelt schreiben Aber, ähm Ich hab's schon verstanden Ja, also Äh, Mämi Ich hab bei Ende Äh, bei Ende Bei Ende Lass mich kurz nachdenken Bei Ende von unserer Snow White angefangen Genau Äh, Jana, Hallöchen So, jetzt müssen wir erstmal gucken Dass wir das Nötigste haben Wahrscheinlich ist es total dumm Da jetzt eine Treppe hinzumachen, ne? Naja Ja, die kostet 150 Simulions Gut Das war wahrscheinlich nicht so schlau Ich mach mal ein hellblaues Haus Oder so ein grünes Das günstigste Bett Ohne Dass es Gecheatet ist Haben wir Bam Fertig Wie viel kostet eine Toilette? Entschuldigung Ja, schade Ach, kleiner machen kostet mehr Geld Oder was ist hier los? Wir machen das erstmal weg Das ist einfach ein kleiner Bunker Es ist ein kleiner Bunker Es ist ein Toilettenhäuschen In dem sie lebt Und muh, Hallöchen Es ist ein kleines Toilettenhäuschen Aber ein schönes Toilettenhäuschen Wie ich finde Na, doch, doch Wir machen da jetzt ein Bett und eine Toilette rein Das wird klappen Ich fühl das Günstige Toilette Und günstiges Bett So Dann kriegt das Haus sogar noch einen Anstrich Ja, stimmt Wir könnten es als Tiny House kennzeichnen Aber es wird ja nicht lang eins bleiben Also wir werden schon relativ bald dann weiterbauen Deswegen weiß ich nicht, ob sich das jetzt wirklich so sehr lohnt Wenn wir das als Tiny House kennzeichnen Ehrlich gesagt So ein bisschen wie eine kleine Scheune jetzt erstmal Süß, oder? Look at this Mini House Ist irgendwie süß Also irgendwie mag ich's Es ist doch süß Es ist klein, aber fein Genau, das wird relativ schnell groß Das denke ich auch Unsere Lady kriegt da schon noch einen Boden rein Wenn's nun einfacher ist Eine Dusche Konnten wir uns, glaube ich, auch schon vor dem Boden nicht leisten Okay So Okay, haben wir Was machen wir da jetzt einfach mal Da hin, damit's nicht ganz so lost aussieht Licht Lämpchen ist bestimmt drin Ja Süß Oh Jetzt bist du pleite Ja Aber vielleicht kriegen wir noch ein Lämpchen hin So eine kleine Bodenlampe So ein Nachttischlämpchen auf dem Boden Wisst ihr? Das wär doch süß Kann sich ja schon eine Weile lohnen Du meinst, dass wir auf jeden Fall Sollen wir das machen mit dem Tiny House? Oh Wieso sind die so teuer? Fragt man sich Naja, wir machen gleich noch einen Frosch Ich glaub nicht für neun Simoleons Wir machen noch einen Frosch Und dann schaffen wir das Und dann machen wir Tiny House halt Oh nein Oh So Tiny House Mini Wohngrundstück Ja, haben wir, ne? Dann machen wir das so lang, wie wir es haben Und dann nehmen wir es wieder weg, ja? Dann sind die Rechnungen nicht so hoch Wenn wir Tiny, ähm Tiny House eingestellt haben Er kauft doch die Steine Ja Das muss man nicht Nee, das passt schon Die bleiben da mal Okay Das können wir noch nicht züchten Wir haben noch acht Möhrchen Die uns jetzt aber nicht so viel bringen Und ein Goldfisch Na gut Dann können wir echt noch ein paar Möhrchen pflanzen Come on Was soll's Schon Level zwei der Gartenfähigkeit Wupp, wupp Das musst du nicht gießen Mhm, okay Den können wir auch noch verkaufen So ein bisschen die Gegend erkunden, ne? Hier würde ich gerne mal ernten Ich könnte sie noch ein bisschen mit den Vögeln reden Dann wahrscheinlich einfach wieder angeln, ne? Was soll man sonst machen? Die Mom ist da Wir gehen angeln Nicht Wasser untersuchen Angeln Vielleicht eine Dusche statt Toilette Aber sie kann ja stinken Bevor sie sich dann in der Nacht auf Auf, weißt du, bevor das so weit weg ist und so Weil sie muss ja schon weit laufen zur Toilette Ich glaube, das ist dann fast zu weit in der Nacht Wenn sie mal muss Können wir Oh, das kriselt schon wieder Sie hat einen Lachs gefangen Oh, der bringt schon ein bisschen Geld Wir haben schon Level vier der Angelfähigkeit Alisa Hallöchen Schön, dass du reinschaust Und Alina Alina Herzlich Willkommen und Dankeschön für dein Follow Ei, 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 ei Wir können unseren teuren Frosch Äh, 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 züchten Den Wirbeleierpflanzenfrosch Mit dem gepunkteten Frosch Toll Bringt ja jetzt nicht so viel, ne? Man kann da drin schwimmen Boden In dem Fluss Was steht denn da? Olivia hat nun einen Frosch gezüchtet Ja, gut Und die Fische sind zu clever für sie Den können wir jetzt noch nicht verkaufen Weil den müssen wir dann auch nochmal züchten Aber wait Wo ist denn der Hase? Lass uns mal ausschauen Nach dem Hasen halten Denn wir könnten dem Hasen Eine Möhre schenken Vielleicht mag er uns dann Und schenkt uns dann was zurück Kann man hier vielleicht schwimmen? Ah, hier kann man schwimmen Herumschwimmen Wobei ich glaube fast, dass das Sag mal Irgendwie finde ich unsere Mom auch ein bisschen gruselig Die ist überall Die ist überall Ich glaube nicht, dass es hier Es bringt doch Hygiene Ist halt ein bisschen kalt, ne? Aber es bringt Hygiene Oh, wir können hier graben Oh, Hennford ist schon sehr hübsch, ne? Süßes Haus hier Ach, knuffig Ich glaube, das ist von Simcredible Habe ich das runtergeladen Ich bin mir aber nicht sicher Hübsch, ne? Also es war jetzt ja nicht viel Was da hochgegangen ist Aber gut Dafür haben wir hier was entdeckt Sie stinkt halt immer noch Wir bauen mit Custom Content Denn ich hab so viel davon Wir bauen mit Custom Content Denn ich hab so viel davon Helikoptermama Ich glaub's aber auch Und? Öffnen Ich bin immer viel zu neugierig Ja Verkaufen Geh nach Hause Wir müssen eine Lampe in dein Haus machen Für ne Dusche reicht's nicht Nicht aber für ne Lampe Ja Gut Spannend So, können wir Frösche züchten jetzt? Ja So, wir müssen uns jetzt konzentrieren Wir haben ja den einen jetzt neu bekommen Wir müssen jetzt aber noch den teuren Frosch Mit dem Hm Erdfrosch Den Wirbelfrosch Gut, da haben wir nochmal so einen Level 100er Frosch gekriegt Wir müssen mal ein paar Frösche im Inventar behalten Und die hin und her probieren Okay Lila Okay Kriegst du? Das sieht doch schön aus Also, jetzt wie wir's haben So Ist halt grad ein bisschen hell im Raum Ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht Und lila So Ah, sieht man nicht so gut Aber es ist lila Ne, genau, Maxi Da spielen wir hier dann wieder weiter Das ist jetzt unsere neue Wochenendchallenge Unicorn, ich hoffe, es gefällt dir Das ist jetzt die neue Die neue Wochenendchallenge sozusagen So Wir werden jetzt ein Lämpchen platzieren Denn jetzt können wir uns ein Nachtischlämpchen leisten Ja, so eine Öllampe Süß Wie viel kostet deine Dusche? Ich frag für einen Freund Hm Viel Viel zu viel Ja, ich denk, dass wir dann morgen die Möhrchen ernten können Haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld Dann geh dich ausheulen Wieso weinst du eigentlich? Ach, weil du keine Sozialsachen hast, ne? Bald Sie heißt Ja, genau Olivia McVeigh Geh doch bitte richtig schlafen, wenn dann Oh, sie hat richtig doll Hunger, ne? Vladislaus Gehst du bitte weg von uns? Wir müssen uns jetzt hier nicht aussaugen Yummy Lecker Nachtischlämpchen Ja, ja Man kennt Ich meine, sie kann eine Karotte essen Oli wird bald ihre erste Periode haben Oh no Wir haben kein Geld für Für Mama Ich bitte nach Hause? Ist das mitten in der Nacht? Ist eine Möhre Ist die Möhre Schatz Do it Okay Du kannst meine Streams immer hier auf Twitch nachschauen Und oder auch auf YouTube Auf YouTube dauert es immer zwei, drei Tage länger Bis die dort drauf sind Aber egal wo Du kannst sie jederzeit nachschauen Auf Twitch sind die halt irgendwann weg Aber Wenn du es jetzt zum Beispiel drei, vier Tage später nach Ach so Sie ist nicht schwanger Das ist nur eine Information für die Mod Okay Keine Sorge Keine Sorge Wir können das ignorieren Zumindest jetzt gerade können wir es ignorieren Komm, iss noch die anderen Möhrchen Ist die Karte rotten Scherz Und dann geh schlafen Zum Glück hat dir das ein bisschen was gebracht Ja, look at this Wir können was ernten Au Oh Mann Doch, sie mag Gartenarbeit Jetzt hör auf mich auf die Probe zu stellen Ich raste aus Sie hat 41 Möhrchen Ja Fünf verschiedene Pflanzen weiterentwickeln Ja, das können wir noch nicht Da muss sie auf jeden Fall Ein bisschen was Och, mein Po, ey Och Ich darf nicht mehr auf so einem harten Sattelfahrrad fahren Das tut richtig weh Meine Knochen Die Eltern sind tatsächlich direkt nebenan Damn, sie hier drüben Also wir sind praktisch hier Und die Eltern sind dort Die können wir sozusagen beobachten Es ist irgendwie ganz schön Dass sie nicht so weit weg sind So, Wirbeleierpflanzenfrosch Hatten wir mit dem Dann machen wir noch den gepunkteten Erdfrosch Und dann noch den Wirbel mit dem Eier Wirbeleierpflanzenfrosch mit dem Wirbeleierpflanzenfrosch So Dann haben wir, glaube ich, alle Ausprobiert Nee, nee Ich habe ja jetzt gesagt Sie ist neutral gegenüber Gartenarbeit Also sie hat das jetzt nicht als Vorliebe definiert Sondern es ist Sie ist neutral da gegenüber Ja Sie hat keine Vorliebe und keine Abneigung Das haben wir jetzt so gemacht Ein Blattfrosch Nun Der ist jetzt nicht so toll Cool Hättest du dich schon ein bisschen besser machen können, ne? Ich sag's ja nur Geh mal angeln Ja, sie dürfte bestimmt bei ihren Eltern putzen Ähm, ähm, ähm Sie dürfte bestimmt bei ihren Eltern putzen Nein, sie darf bestimmt bei ihren Eltern duschen Da denke ich Stopp, wir wollten zum Beet Ihr geht weg Alle weg Weg Olivia Schnell Olivia, schnell Olivia, du musst jetzt schnell sein Kommen Sie her, Fräulein Schnell Olivia, schnell Oh, wenn sie jetzt zu spät kommt Na, tut denn, Hallöchen Wenn sie jetzt da zu spät hinkommt Dann rast ich aus Schnell, Girl Laufen Sie schneller Ja Und ernten Sie alles Wir haben Knoblauch Wir haben Paro Wir haben Falsche Morchel Bazilikum Da ist noch mehr Du kannst noch Morcheln ernten Und normale Morcheln Und Gänseblümchen Und Aulraunen Das ist ja großartig So, da gehen wir doch direkt mal nach Hause Und gucken mal auf unser Grundstück Wo ist das? Sommer und Frühling Einjähriges Verstehe ich nicht Was bedeutet denn das? Und Kendra Hallöchen Hallöchen Penny ruft an Nein, ihr macht kein Baby Oh, immer diese Fragen Ob sie Babys machen Weißt du, als hätten wir nicht schon Als wären wir nicht schon fast erwachsen Kommen unsere Mamas noch an, ey Und die sind Jahreszeit Frühling Wir haben schon eine Blümchen hier gesetzt Gänseblümchen Da machen wir noch eine zweite dazu Beziehungsweise machen wir vier Gänseblümchen Dann machen wir so ein Blumenbeet Ein Obstbeet Und ein Gemüsebeet Würde ich sagen Das finde ich schön Ja, ja, sie verkauft die Sachen dann Warte mal, jetzt müssen wir noch den Wirbel mit dem Wirbelfrosch Gibt noch einen Wirbelfrosch Und den können wir verkaufen Und ein Kräuterbeet brauchen wir auch noch Sommer und Frühling Warte mal, dann lasst uns doch direkt schon mal das so ein bisschen sortieren Dann werden wir es direkt ein bisschen sortieren Das verkaufe ich jetzt halt doch Wollte ich eigentlich jetzt noch nicht Aber machen wir jetzt Damit wir hier die Beete einmarkieren können So Dann nehmen wir besser die Erde Schaut schöner aus, ne? Nehmen wir lieber die da Die sieht schöner aus Und Lottalichen Schaut schöner aus So Ist halt schon weit weg vom Haus Aber das passt schon Das wären Kräuter Blumen Obst Und Gemüse Und ich bin mir sicher, dass dann Obst und Gemüse am größten sind Beziehungsweise Gemüse Aber das kann man ja dann später auch noch größer definieren Wir machen jetzt erst mal Gemüse Die können ja zum Glück relativ dicht beieinander stehen So Schön wie die Zinsolaten Ich liebe es, ne? Ich liebe es Was haben wir hier? Was? Entschuldigung Äh, Blaubeere Ja Äh, ins Obstgärtchen Was haben wir da? Tomatenstrauch Ins Gemüsebeet Was haben wir noch? Kartoffel Gemüsebeet Was ist das? Ah, das waren die Gänseblümchen Die kommen ins Blumenbeet Ja Doch, doch Ob es schön ist? Fragt man sich, ne? Und Knoblauch kommt jetzt auch hier mit rein Äh, und Binhi Lost Lol Binhi Binich Binich Ach, Binich Lost Lol Wow Okay, gut, dass ich lesen kann Ähm, herzlich willkommen Und dankeschön für deinen Follow Wir spielen die Family Äh, die Ja, die Unterschiede im Stammbaum Challenge Die ist neu Die haben wir gerade erst angefangen Was ist mit dem Knoblauch passiert? Entschuldigung Wollte ich nicht fünf pflanzen? Ne, noch Vier Ist doch eigentlich ganz hübsch, oder? Dann haben wir da mal ein bisschen aufgeräumt Dann ziehen wir noch den Baum hier rüber Damit das Ganze noch ein bisschen wohnlicher aussieht Fast auf mein Headset gesetzt Oh je Oh je Zum Glück hat es das nicht gemacht Und Jonas, Hallöchen Ich weiß, dass du Jonas heißt Das sagst du jedes Mal, wenn du reinkommst Ich träume da irgendwann von Irgendwann kriege ich das mal Ich darf in Albträume, glaube ich Äh, bei mir in der Heimat, Marlies Bei mir in der Heimat Okay Was wollen wir denn jetzt noch pflanzen? Wollen wir noch? Achso, gehst du mal hierhin, Girl? Willkommen zurück, Schlimmster Sims 4 Fan Du kannst die einfach nachlesen, Paula Ausrufezeichen Challenge Und dann auf Unterschied im Stammbaum Und Hanna, Hallöchen So, was machen wir denn jetzt noch? Kräuter Wir haben gesagt, da gibt es noch ein Kräuterbeet, ne? Da machen wir jetzt auch die Petersilie hin So Pflanzen Marie, habe ich gerade Danke für deinen Follower gesagt? Nee, ne? Marie, Dankeschön für deinen Follower Vielen, vielen Dank Ich glaube nicht, dass ich es gesagt habe Alraunen sind doch auch eher ein Gewürz, oder? Würdet ihr Alraunen eher zu Kräuter ziehen? Gewürz oder eher ins Gemüsebeet? Ja, wir haben jetzt noch kein Geld für den Zaun Wir haben noch kein Geld für den Zaun, leider Machen wir dann Und krieg's Hallöchen Taro sind halt nix wert, ne? Ach, guck mal, da müssen wir jetzt unsere Ah, die werden versetzt gesetzt Okay, verstehe Na gut, das macht nix In Handful zu Women's Real Life Wäre definitiv, ja Also ich würde die Gartenarbeit weglassen Und das alles, Hofleben mit Kühen und sowas Aber ich würde hier gerne leben Weil es hier schön ruhig ist Das mag ich ganz gern Oh je, sie hat gar keine Sozialkompetenz Bei Alraunen muss ich über den Harry Potter denken Voll Sind Alraunen nicht giftig? I don't know Jetzt kann sie nicht mehr gießen, weil sie zu traurig ist Ob wir mal zu unseren Eltern gehen wollen? Ich glaube, wir gehen mal zu den Eltern, hm? Hallo, Mom, Dad Wir besuchen die Penny Die Mama Wir müssen mal Wir müssen mal Es ist ja kritisch schon Es ist schon ein bisschen kritisch Es ist schon ein bisschen kritisch mit uns Also ein bisschen kritisch ist schon, ne? Ist schon ein bisschen kritisch Ist schon kritisch auch Es ist schon ein bisschen, also kritisch Wenn man mich fragt So, rein da Klopf mal an Und Nadine Hallöchen Ich glaube nicht, dass wir direkt schon nach einem Boy schauen wollen Sie muss ja erstmal ankommen im Leben Und sich erstmal zurechtfinden Und erstmal in die Badewanne gehen Wie die Mama schimpft Bleib da sitzen, Mama Wir sind deine Tochter Nein Stets willkommen kostet zu viel Das sind 200, äh, 500, ne? Ja Kann man es nicht leisten Gut, Mama Danke, dass du uns nicht da haben willst Ne, das ist schon Das ist ein Haus von der Stadt Ähm, Schlimmste sind wir Ich kann dir jetzt nicht zusammenfassen Was wir alles gemacht haben Also wir haben ein Haus gebaut Also das hast du gerade gesehen Mehr haben wir noch nicht geschafft Also Ich weiß ja nicht, wann du gegangen bist Ich meine, du hast geschrieben vor einer Stunde Aber ich weiß nicht, was wir in der Zeit alles gemacht haben Also musst du jetzt einfach selbst wieder reinkommen Das ist immer schwierig Das dann für jeden nochmal zusammenzufassen Sie darf eh kein Dächtelmächtel vor der Ehe Genau Genau Und Lisa, willkommen zurück Also wir werden jetzt mal gucken Ob wir noch was zu essen kriegen Hat jemand was gegrillt? Hm Hm Wir essen ein paar Erbsen Das wird ja wohl erlaubt sein Also Dad hat sich da nicht so angestellt, ne? Mehr ist glaube ich nicht Nee, ich glaube es auch nicht Also viel haben wir nicht geschafft Genere ist zu beachten, dass ein Teil der Alraune sehr giftig sind Der Verzehr in der Konsum von nur geringen Mengen kann zum Tod oder Atemlähmung zur Folge haben Okay, also essen wir die nicht Gut So, jetzt reden wir mal ein bisschen mit der Mama Wir sagen immer Mom, du hast das Haus super im Griff Mensch, du hast ja richtig toll geputzt Alles so ordentlich Und dann schauen wir mal ein bisschen zusammen in die Wolken Das bringt uns bestimmt ein bisschen Spaß Die Bess ruft an Wir haben keine Zeit Ähm, Rilea Wir haben heute auch erst gestartet mit der Challenge Also wir sind noch ganz am Anfang Du kannst dir die Regeln einfach mal durchlesen Unten bei Unterschiede im Stammbaum Wir haben ganz frisch erst gestartet Wir sind ganz frisch unterwegs Oh, ich verhungere gerade, geil So Hunger Du musst unbedingt gleich was essen Ganz vergessen, dass ich noch was essen sollte heute Macht's Spaß? Ja, guck mal, da geht's schon hoch Eigentlich wäre es ja cool, wenn es möglich wäre In einem fremden Haus zu fragen Ob man etwas kochen darf oder duschen kann Was 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 dann eben erlaubt wird Wenn man eine hohe Freundschaft hat oder sowas Ja, das fände ich auch voll sinnvoll, ey Das fände ich voll sinnvoll Ja Schade eigentlich, ne Wir grillen heute Ja, wir haben auch überlegt, ob wir grillen Aber irgendwie ist das Wetter bei uns gerade nicht mehr so schön Das ist irgendwie so wechselhaft Können doch bestimmt noch mal einen Frosch züchten Den teuren Frosch mit dem Blattfrosch Ja, wir haben wieder einen neuen Frosch Ein Hypno-Frosch Ey, wir sind richtige Froschexperten, Leute Ey, wir machen auch Frosch voll Ich sag's, wie es ist Oh, verstehe, Sandra Scheiße, ey Gerade eine Pizzi gegessen Lecker Ja, klar, Julchen Aber wir haben halt gesagt Es wäre halt schöner, wenn es auf einem normalen Weg funktionieren würde Dass man halt nicht dann überall steht Der ist ein bisschen sauer, glaube ich Sondern dass man halt dann bei den Familienmitgliedern oder sowas Dass es halt da dann geht, ne Schade Eigentlich Gut War schön gewesen, Mom Ich würde mir noch einen kleinen Snack am Kühlschrank mitnehmen Wenn das in Ordnung ist für dich Und dann gehe ich wieder nach Hause, ja? Oh, Spargel Yummy Lass es dir schmecken Oder lass es euch schmecken Das ist eine Ausrede, schwarz auf weiß gedruckt So, so Ach so, hast du mir vielleicht sogar schon mal erzählt, ne? Ja, Sieb im Kopf Ob wir nochmal schnell duschen wollen Nee, ich trau mich nicht Schmeckt dir das Sandwich, Schatz? Ich hab das extra für dich schon in den Kühlschrank gelegt Deswegen wollte ich nicht, dass du dir was kochst Weil ich hab ja schon extra was für dich vorbereitet Oh ja, danke, Mom Es war schon ganz lecker Ich muss jetzt aber auch wieder los, weil es schon dunkel wird Und du weißt, ich laufe nicht so gerne im Dunkeln nach Hause Ähm, wir sehen uns dann Tschüss, Mom Ja, tschüss, Schatz Melde dich bitte, wenn irgendwas ist Ja, ja, ich gehe hinten raus Und sie geht vorne raus Gut Na ja Oh, Meli I'm so sorry But not sorry, ne? Ist klar Sorry, but not sorry Was, also du grillst heute, hast du gesagt, gell? Das machst du für Salate? Oh, lecker, Michelle Lass es dir gut schmecken Ähm, weiß ich leider nicht mehr, Meli Aber du kannst ja sehr gerne mal im Discord nachfragen Und Lulu, Maxi, Hallöchen Anouk, ich wünsche dir noch einen schönen Tag Schön, dass du reingeschaut hast Und Vivi, willkommen zurück Bast schon Melanie, bast schon Bast schon Wir können uns ja fast eine Dusche leisten Oh, wie schön, Marlies Toll Das ist ja großartig Oh, kleiner Hase Good day Hallo Ich hab was für dich Warte doch Ich hab doch was für dich Ein Geschenk Eine Möhre Ich hab eine Möhre für dich Oh, ich bin gar kein Kotoppsalat Mit einer Gucken, da find ich großartig Wie schön, ey Voll schön Hat er es dir jetzt gemocht? Haben wir eben die Geschenk Geschenk vom Wildhasen annehmen Ja Was schenkst du uns? Ein Vogel kreuzcht dich musterfrei geschaltet Dankeschön, kleiner Hase Du Süßi Du Süß Ach, kleiner Hase So, wir gehen schlafen Und werden mal gucken Ob wir da noch Frösche züchten können In der Nacht Der Wirbelfrosch mit dem Hypnofrosch Mit dem Hypnofrosch Gibt einen weiteren Hypnofrosch Danach werde ich den Hypnofrosch mit Hypnofrosch züchten Ist klar Aber machst du mit Essig Öl, Melly Oder mit Mayonnaise? Okay, Hypnofrosch und Hypnofrosch Gibt Hypnofrosch Schade, wir haben leider auch die Periode Und stinken ein bisschen Oh, wie schön Malis Das wird bestimmt toll Was macht ihr? Habt ihr irgendwas geplant? Guten Morgen, Girl So, wachen sie auf Der Hase ist ja immer noch da Oder neuer Hase, ne? Oh, jetzt geht's ihr ganz schlecht Das ist natürlich auch schlecht für uns Ob wir uns jetzt Eine Dusche leisten könnten? Wie viel hat eine Dusche gekostet? Wisst ihr, ist gerade auswendig Sie muss halt los Und sich einen Tampon kaufen jetzt Na, geh mal schnell zum Store 330, das könnten wir uns eigentlich leisten Aber wir brauchen noch Tampons Oh, die kosten ja auch viel Dann benutzt mal sowas 300, 325 Können gleich mal gucken Sie ist richtig sauer mit allem, ey Und sie hat halt auch Hunger Wir gucken jetzt nach der Dusche Wie nie die Dusche Das macht halt alles nass, ne? Das können wir eigentlich nicht nehmen Das ist ja super unrealistisch Wir brauchen noch ein paar Simoleons Na gut Na gut Sie sich Snacks bestellt Ja, also ich find's echt blöd Dass es das noch nicht gibt, ne? Ich find's wirklich cool Aber bisher gibt's das halt leider noch nicht Oh, guck mal, wie sie direkt in die Dusche rennt Die war noch nicht mal richtig platziert Ich hab noch nicht mal richtig Plus Äh, Play gedrückt Ah, verstehe, Isa Oh, wie cool Ich hoffe, du hattest viel Spaß Warte mal, wenn's Samtkind auf mein... Oh nein Oh nein Aber gut, dass du so gefallen bist Dass deinem Kind nichts passiert ist Ach, Mensch Oh, aber schön, dass du so einen schönen Tag hattest Mir geht's gut, danke dir Lieb, dass du fragst Und Janina, dankeschön für deinen Follow Herzlich willkommen Ja, das stimmt Sandra, das stimmt Das hätte ich machen können Das sähe echt gut aus Was macht sie jetzt? Erforschen Du kannst ein paar Möhrchen essen Und dann kannst du nämlich wieder ernten Weil dann geht's dir bestimmt wieder besser, oder? Ja Dann ernte mal alles, du Maus Und dann können wir bald auch anfangen Mit Sachen zu kreuzen und sowas Das find ich immer spannend Oh Oh Das war ein Random Move Ich hab random irgendwas gedrückt gerade Weil ich mich nicht entscheiden konnte Wem wir paaren Und ich hab 160 Simoleonsfrosch erstellt Ein Wirbelblumenfrosch Das war jetzt aber ein schöner Zufall, du Mag der Hase noch eine Möhre? Maybe Nee, okay Hilft nicht bei der Gartenarbeit Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wieso würdest du denn bei der Gartenarbeit helfen? Das find ich aber süß, du Eine neue Challenge Genau, Unterschied im Stammbaum Kannst ja gerne mal die Regeln durchlesen Ja, definitiv behalten wir den zum Züchten Unbedingt Er möchte eine Möhre Hm Na gut Lebensstil gewonnen Naturfreak Ja, das macht total Sinn Hm Man könnte ja dann auch mal rausfinden Wie man Sachen miteinander kreuzt Ich glaub, die Hasen kann man nicht züchten Zumindest nicht, dass ich wüsste Ob wir die Sachen schon mal verkaufen wollen Oder ob wir noch einen Tag warten wollen Denn wir können gerade eh nichts Großartiges bauen Geil Ja, ich glaub, wir machen an der Stelle einfach Schluss Oh, guck mal Wie beautiful sie aussieht Schön Wie toll Ich glaub, wir machen an der Stelle aber auch einfach mal Schluss, meine Lieben Ähm, es war sehr schön Stricken und Häkeln fangen wir dann auch noch an Ja, definitiv Das find ich auch gut Ich werd jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme beenden Vielen Dank, dass ihr euch dieses erste Video zu unserer neuen Challenge angeschaut habt Das ging jetzt vier Stunden War natürlich ein bisschen lang wieder mal Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht Ich hoffe, es hat euch auch gefallen Könnt mir ja gerne ein paar Kommentare da lassen Was ihr euch von der Challenge vorstellt Wie ihr meint, dass wir die Challenge noch verändern können Und ihr könnt die Challenge ja nachlesen in den Panels unten vom Video Und auf Wiedersehen Tschüss, ihr lieben YouTube-Zuschauer